Wie geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde? Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere. Sie Schauspieler. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß. Sie lügen, wenn Sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne hierher zurück. Doch hier warte ich und ich werde ihre Seelenlieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Arant Talwar. Und wer soll mich aufhalten? Ich bin Arant Talwar. Ich bin Arant Talwar. Ich bin Arant Talwar. Ich bin Mute. Verdammt. Das muss ich alles wieder neu sagen. Grüße. Kein Ton, sagte Tengel. Recht hat er. Ja, ich wollte, ich habe eben gesagt, einen fröhlichen ersten Advent. Und huu, huu, hier wieder beim Koali 2.9 Runde Pen & Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder das schwarze Auge ohne das schwarze Auge regeln, sondern mit Cinema-Regeln. Ausrufezeiten-System im Chat bringt ihr den Link dazu und wie das Ganze funktioniert mit Erklärung und allem drum und dran. Und falls ihr auf YouTube nachschaut oder sonst irgendwo nachschaut oder hört, in den Beschreibungen sind Links, könnt ihr euch das angucken. Ja, und meine Stimme ist heute ein bisschen belegt, beschlagen. Ich bin ein bisschen erkältet, ein bisschen sehr erkältet und hoffe, es klappt aber alles. Kann sein, dass ich zwischendurch raus muss, weil mein Sohn ebenfalls krank ist und naja, wenn es dem Kacker geht, dann muss ich rausgeben und helfen. Ich denke, das versteht sich von selbst. Ich habe es auch, ich habe es uns auch hier ein bisschen weihnachtlich gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch alle zu Hause einen gemütlichen Tee oder so ein Spekulatius oder sowas. Das fände ich ganz angenehm. Und dann kriegt er ein bisschen Elfen auf die Ohren, auch wenn es keine Weihnachtselfen sind. Ja, und wir gucken mal, wir sind heute nicht ganz vollzählig. Wir haben heute mit dabei Elanor als Taschmero, die Mabo-Geweihte. Guten Abend da draußen. Und wir haben den Rentaro als Lumingeldor von Tralo. Die Zwölfe zum Gruße und ich habe immer ein Plätzchen dabei. Uh, ist das Lebkuchen? Nein, Nougat-Kipfangen. Uh. Könnt ihr mal alle in den Chat schreiben, was ihr für Süßigkeiten habt. Ich finde, dann kriege ich richtig Hunger. Ja. Möchtest du die Plätzchenliste wirklich haben? Ja, mit Rezept am besten. Können wir drüber reden. Aber dann nicht hier im Chat, sondern auf Discord. Ja, genau. Gewürzte Mandeln anstatt Poetin. Guck mal, die ist nämlich auch da. Spielt Shai Haril Eulenschwinge. Hallo. Bloß, dass die Mandeln leider nicht verfügbar sind. Aber ich hätte eigentlich gewürzte Mandeln. Irgendwo. Irgendwo sind sie da. Im Süßigkeiten-Schrank. Im Süßigkeiten-Schrank. Aber ich habe Tee. Tee ist auch gut. Kräuter-Tee, sehr elfisch. Kräuter-Tee, ja. Sehr schön, sehr schön. Hat der Pölle denn auch Tee? Der ist nämlich heute auch da. Ginger-Bier. Mmh. Ist das auch sehr weihnachtlich? Grüße gehen raus. Nein. Ja, wie geht es euch allen? Alle gut durch die Wochen gekommen? Bibi-Toppi. Keine Erkältung. Bisher nicht, zum Glück. Bisschen Nackenverspannung vom Headbang gestern. Ansonsten war es gut. Ja. Jetzt kommt, wer aufmerksam aufgepasst hat, hat jetzt gut geschlossen, dass der Slyve nicht da ist. Wir haben heute kein Torwaller-Action. So ein bisschen traurig am ersten Advent. Aber schöne Grüße gehen raus an Slyve. Er hört uns bestimmt nach. Ich versuche ihn würdig zu vertreten und ein bisschen Torwaller reinzubringen. Als Weidener bist du dann nicht so weit weg mal von Mainze. Wir schauen mal. Ja. Ja, wir spielen das Abenteuer hier, wie heißt das eigentlich? Ruf der Bahalür, genau. Und wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Und ich zeige euch mal die Avis Pfadekarte. Irgendjemand hatte sich in den Kommentaren gewünscht, ich sollte doch mal in den Shownotes von dem Podcast die Karten verlinken, wie ich immer sage, dass sie da sind. Aber ich kann sie nicht verlinken, weil es ist so auf Harvest Pfade. Sucht euch doch selber raus, wo die Salamandersteine sind, Leute. So, warte mal. Da sind wir. Die Salamandersteine. Genau. Hier. Irgendwo hier, wo der Mauszeiger jetzt irgendwie rumwandelt. Irgendwo. Ganz genau weiß man das nicht so. Aber, ja, für alle, die die Karte nicht vor Augen haben, in Aventurien, die Salamandersteine, dieses langgezogene Gebirgsmassiv, oberhalb des Neunaugensees, in Aventurien, nördlich vom Mittelreich. Und ganz im Westen, tief im Westen, wo die Sonne verstaubt. Da ist, äh, ist, äh, irgendwo ein kleines, äh, Elfendorf, wo unsere, äh, Gruppe jetzt nicht gerade aufhält und eine, äh, Gerichtsverhandlung über sich ergehen lassen muss. Ähm, und zwar werden, wird verhandelt nicht, ob sie getötet werden oder nicht, also vielleicht auch das, man weiß es bei Elfen nie so ganz genau. Aber eigentlich wird so verhandelt, ähm, ob sie denn in die Salamandersteine hineingelassen werden, ähm, ob sie weiter wandern dürfen. Denn sie sind auf dem Weg dorthin und wollen einen, einem gesungenen, einem in Liedform an sie herangetragenen Hilferuf nacheilen, ähm, was irgendwo aus den Salamandersteinen kommt. Und deswegen muss man da ja erstmal rein und das geht eigentlich gar nicht so richtig, weil diese Salamandersteine werden eben von den Waldelfen bewacht, weil sich dort, ähm, eine sagenumwobene Ortschaft befindet. Nämlich, ähm, der mythische Ort, wo angeblich die, dass ihr der erste Elf Aventurien betreten hat. Und, ähm, diese, dieser Ort ist nicht nur gefährlich für alle, die keine Elfen sind, sondern auch, ja, den Elfen so etwas ähnliches wie heilig. Also so richtig heilig haben sie ja nicht mehr, aber, ähm, die lassen einfach nicht jeden rein. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ähm, ähm, ganz gut so. Und, ähm, sie, es hat sich jetzt etwas angebahnt, was gar nicht so, ähm, so gewöhnlich ist. Nämlich, es haben sich aus den verschiedensten Sippen aus den, äh, aus der Umgebung der Salamandersteine Elfen zusammengefunden, um eben über diese Sache zu beraten und über die Helden zu richten, ob sie denn mental, körperlich und vor allen Dingen auf der Badock-Skala, äh, würdig genug sind, in die Salamandersteine einzutreten. Ja, ähm, und, äh, genau, dieses, äh, dieses Gericht haben wir beim letzten Mal schon angespielt und haben, äh, festgestellt, dass sich unsere Helden zumindest in zwei, ne, in drei Teilen schon ganz gut angestellt haben. Nämlich, ähm, da haben sie den Test vom Wert des Seins bestanden, den Test vom Lenken des Werdens und den Test zum Nutzen des Wissens. Und, äh, ich wurde nicht zu Unrecht darauf angesprochen, was denn die ganzen NPCs, die unsere HeldInnen mit sich herumschleppen, denn bei dieser Befragung da von sich gegeben haben. Ich mache es mal ganz kurz und sage, die reden sich im Kopf und Kragen, besonders beim Wissen, weil es halt alles Magier sind. Ähm, eigentlich sind es die HeldInnen, die hier, ähm, wenn dann irgendwie etwas herausreißen. Also, besonders, äh, hervortun, tut, also tut sich, äh, Adapter Tassia, die, äh, natürlich immer versucht, äh, möglichst einfühlsam auf die Gefühle der Elfen einzugehen und zur Verständigung zu sorgen, aber sich dann in ein Fettnäpfchen nach dem anderen verschneift. Und, ähm, auch der Horasier, äh, den ihr mit euch herumschleibt, der, der Bewegungsmagier, ähm, ach, wie war es ja noch sein Name? Äh, äh. Äh, äh, den, äh, Hiberto Castellani. Genau, der Herr Castellani, genau, dankeschön. Gerne. Wobei, der Meister ist das Beste. Äh, äh, hast du uns doch. Hiberto Castellani, auch der, ähm, aus seinen Antworten von den Fragen an der Elfen an ihn, kann man durchaus herauslesen, dass er dem Wissen doch schon eine sehr, ja, der Magier in der Aventurin würde sagen, schwarzmagische, ähm, Komponente zuweist, also, ähm, er ist dem sehr aufgeschlossen und, äh, gegenüber, ja. Ja, obwohl er ja kein Schwarzmagier ist, ne, also er gehört zur Grauengilde, aber, ähm, seine Ansichten sind dann doch etwas, ähm, etwas, ähm, ins Schwarze getüncht. Wenn man sich dann Magiewissenschaft auskennt, was von euch, glaube ich, keiner tut. Ja, ihr habt das Glück, dass, äh, Shaiariel auch im, äh, Gremium der Elfen ist, die über euer Werden und euer, euer Wohl entscheiden. Und, ähm, bis jetzt habt ihr, wie gesagt, alles bestanden. Es folgen noch zwei, zwei verschiedene, ähm, Tests, nämlich zum Missbrauch der Macht und zum Hang, der, Hang nach der Gier. Und, äh, mal schauen, ob ihr es irgendwie heute schafft, euch da hervorzutun. Mir würde nichts einfällen, was dagegen sprechen würde. Eigentlich ist der Plan, sich nicht hervorzutun, oder? Keinerlei Auffälligkeiten, bitte. Ja. Habt ihr noch irgendwas Änderes zu ergänzen, als Recap fürs letztes, für das, äh, zum letzten Mal? War euch irgendwas wichtig, was ich nicht erwähnt hab? Glaube nicht. Okay. Ich möchte vielleicht noch einmal, äh, äh, einmal, einmal betonen, dass, äh, das haben wir gerade im Off schon geklärt, dass uns natürlich ganz, ganz besonders die Stimme von Shai Ariel wichtig ist. Also, das macht's für uns nicht unbedingt besser, dass sie da im Gremium sitzt, sondern das erhöht den Druck. Ich find das sehr, sehr schwierig. Ich versuch ja immer, sehr gerecht zu sein. Zu gerecht für meinen Geschmack. Manchmal harrest du mir zu lange, aber, okay. Naja, ich will jetzt auch nicht, dass diese anderen Elfen, ne, ich mein, wenn das irgendwie zu schnell kommt, dann denken sie ja vielleicht, ich bin da parteiisch und das geht ja genauso wenig. Ich hoffe, du bist parteiisch. Ich weiß ja nicht, ob ich so ein Konzept habe von Parteischkeit, wenn's um das große Ganze geht und dass wir uns den Salamanderstein nähern. Also, ich versuch da schon möglichst gerecht zu sein. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht, dass die Partei, also ich möchte das nicht kontaminieren, das Licht oder so, das finde ich jetzt sehr unangenehm. Dann heißt es nachher, boah, al rituel. Wir wollen ja nur helfen, wenn die unsere Hilfe nicht wollen, dann machen wir's halt ohne die. Ich mein, also gut, das könnte das Licht kontaminiert werden, aber das Schlimmste, was passieren kann und was allen anderen Gruppen passiert, ist ja, dass sie einfach nicht zurückkommen. Also, so bisher, halt, also ich mein, das will man ja auch nicht, aber, hm. Wieso, wenn's da schön ist? Ja. Wer weiß, wer weiß, warum sie nicht zurückkommen. Ja, gut. Ohne das beim letzten Mal speziell jetzt erwähnt zu haben, aber die Gerichtsbarkeit wurde unterbrochen nach dem letzten Gerichtsspruch und, ähm, man hat den HeldInnen Zeit gegeben, äh, sich über die Nacht jetzt ein bisschen zurückzuziehen. Man gibt ihnen ein paar größere Freiheiten, sie dürfen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, und da sind die Elfen schon sehr bedacht da drauf, dass, äh, sie wissen, dass die Menschen halt nicht die Möglichkeiten der Elfen besitzen, innerhalb des Dorfes bewegen. Also, äh, den Baum einfach hinauf zu laufen, ist für einen Menschen nicht unbedingt möglich. Für einen Elfen, dieses, zumindest der Sippen, die hier versammelt sind, die einfachste Übung. Von daher wissen, äh, wissen die Elfen, dass einige Bereiche ihres Dorfes doch schon relativ sicher sind. Immer begleitet werdet ihr, wenn ihr euch bewegt, an diesem Abend, an dem noch kein weiterer Verhandlungsteil ist. Von, ähm, Begleitern helfen, die dann doch ein bisschen auf das Rechte gucken. Nicht direkt zu euch stellen, sondern immer einen gehörigen Abstand haben, aber immer einen, immer einen Blick auf euch gerichtet lassen. Nicht immer dieselben, sondern sie übergeben mal, sodass es nicht allzu auffällig ist. Aber besonders Alricio, der sich damit auskennt, auch Leute zu beobachten und, ähm, beobachtet zu werden und auf den, auf einen Zeitpunkt abzustimmen, wo man eben dann nicht beobachtet wird, der erkennt schon, dass das mit Bedacht und mit Können vorgetragen wird von den Elfen. Die Verhandlung wurde ja noch geführt, um das nochmal ins Gedächtnis zurückzuholen. Von, ähm, Oa Vara kündet von den Tränen, von der Krähenrufsippe. Die etwas düstere Elfe mit den Krähen und den vielen Federn an ihrem Gewand. Dann hatten wir noch Raleon Regenflieder, dem Vermittler zwischen den Elfen und den Menschen. Wir hatten Fianna Mondlicht, die Sippenvorsteherung der Mondsteinsippe. Wir hatten Ariane Einhorngruß und da gab es beim letzten Mal so ein bisschen, ähm, Verwirrungen. Die ist nämlich aus, von der Erzsängersippe. Und die kennt ihr auch, weil die habt ihr gerettet. Also das ist die, die Elfe, die ihr gerettet habt. Also die Wagenlenkerin. Dann haben wir drei Gesandte aus Riore Lara, einem, einer Elfen, äh, Siedlung. Drei Vertreter aus Quirassim. Und wir haben Dune-Triel, Tränentanz von der Tränentanzsippe. Und Seri, die euch jetzt schon über Wochen in euren Träumen begleitet hat. Und sich jetzt erst richtig in der Realität euch offenbart hat. Und ihr euch immer mit Wort und Tat in den letzten paar Stunden zur Seite gestanden hat. Wie gesagt, es steht euch frei, sich irgendwie zu bewegen. Und ein bisschen das Dorf zu erkunden. Nutzt ihr diese Gelegenheit denn auch? Oder habt ihr vielleicht sogar Angst davor, irgendwie etwas mehr kaputt zu machen? Denn irgendwie fühlt es sich komisch an, dass man euch so viele Freiheiten gibt. Ist das vielleicht schon Teil des nächsten Tests? Will man euch irgendwie beobachten und schauen, was ihr tut? Und nicht nur hören, was ihr sagt. Aber man weiß es nicht so genau. Sind wir denn noch oben oder haben die uns wieder runtergelassen? Also eure Behausung, wenn man sie so nennen kann, der Käfig, ist natürlich unverändert geblieben. Okay. Aber ihr konntet euch auch jetzt davon heraus bewegen. Und man hat ihn quasi heruntergelassen. Und ihr könnt euch jetzt am Boden bewegen. Oder ihr lasst euch halt oben wieder nach oben ziehen. Und ihr könnt dann nach oben die oberen Ebenen also erwandern, so weit wie es möglich ist für eure Fähigkeiten. Also ich würde mich umschauen wollen und ich würde auch fragen, ob jemand mich begleiten möchte. Ich würde mich auch umschauen. Ich glaube, vermute, bei mir wäre es auch komisch, wenn ich das nicht tun würde. Immerhin habe ich seit langem mal wieder die Gelegenheit, mit Elfischen Sippen zu reden und zu kommunizieren und zu singen. Und ein bisschen Heimat zu haben, von der Warte würde ich auf jeden Fall losgehen. Und für Shayariel ist es vielleicht auch noch das Besonderste jetzt an diesem Abend. Dass das Salasandra-Lied natürlich angestimmt wird und man dich auch dazu bittet. Und du dein Lied einstimmen kannst in das Salasandra dieser Sippe und dich natürlich damit auf magische Weise mit all den anderen hier verbindest. Du erkennst die Geschichte dieser Sippe hier und der anderen Teilnehmer. Du bekommst tieferen Einblick darin, wie sich die Elfen bisher zu den ganzen Sachen hier verhalten. Bestimmte Teile des Salasandra-Liedes werden für dich auf merkwürdige Art und Weise zurückgehalten. Vermutlich die, die dich vielleicht in Bezug auf die deine GefährtInnen am meisten interessieren. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man da keinen großen Einblick bekommt. Gibt es irgendwas, was du wissen möchtest über die Sippen hier oder über das Lied? Ich glaube, ich war sehr vorsichtig, mich da voranzuwagen und würde wahrscheinlich erst mal überhaupt die Stimmung genießen, wieder unter Elfen zu sein. Also wenn ich so zufällig was ausschnappe, weiß ich nicht, wie lange die hier schon leben, wie viel Kontakt sie zur Außenwelt haben, ob sie schon mal auf der anderen Seite waren, ob sie was über das DASA wissen. Da würde ich natürlich besonders zuhören, aber ich glaube eigentlich würde ich eher zuhören, mitsingen, Musik machen und unter meinesgleichen sein. Ja, sie wissen, dass es das DASA gibt, natürlich. Wir bezeichnen das auch als den großen Widersacher, das was es zu bekämpfen gilt. Das was das, was das, das Dasein zerstört. Das was man auf keinen Fall haben möchte. Das Gegenteil des Lichtes. Und einige der Liedteile singen tatsächlich davon, von Erfahrungen, von aus den Salamandersteinen, von Madaias Träumen, von dem Verschmelzen von Wirklichkeit und Traum. Aber das sind Teile des Liedes, die du gar nicht so richtig nachvollziehen kannst. Es ist kein Misston, es ist im Gegenteil ein sehr, sehr harmonischer Ton und eine sehr harmonische Melodie, aber unglaublich fremd. Es ist so, als müsstest du dabei gewesen sein, um das überhaupt begreifen zu können, was dieses Lied da gerade von sich gibt. Es fühlt sich sehr rein und sehr pur an. Dennoch irgendwie verquer und verdreht. Vielleicht kann man es wirklich am ehesten so bezeichnen, dass es eine träumerische Art hat. Und für die anderen HeldInnen, die sich im Dorf bewegen, ist natürlich alles, gerade jetzt am Abend, als die Lichter angezündet werden, hier sind Laternen, die das ganze Geschehen beleuchten. Aber nicht nur die, sondern auf magische Art und Weise leicht glimmende Pflanzen, die überall angebracht sind. Und überall auch dieser Schimmer, der sich auf die Hölzer und auf die Materialien legt, der am Tag von euch so als eine Art Tau-Belag feststellbar war. Aber jetzt erkennt ihr, das ist kein richtiger Tau. Es ist irgendwie eine magische, irgendwas magisches, was es zum Glitzern von sich gibt. Wenn ihr es versucht anzufassen, geht es auch nicht. Es ist ganz einfach das Holz, das da ist, was ihr anfasst. Aber es ist für das Auge halt so eine leichte glitzernde Schicht. Und das Ganze ist natürlich auch dann so, dass alle Materialien und alle Häuser, die ja aus den Bäumen heraus wachsen, wie von Selbstverständlichkeit, nichts ist genagelt, nichts ist genietet. Alles ist natürlich gewachsen, alles so einen magischen Touch hat, alles so, es sieht alles so unwirklich aus durch dieses Glitzern. Und überall sind ja die Pflanzen, die entweder den Zugang versperren oder auf ein Wort, ein Liedteil eines Elfen, einen bestimmten Teil des Dorfes freigeben. Und kleine Feen flattern durch die Luft zwischen euch und zwischen den Bäumen hin und her, mal mit kleinen Laternen oder Lichtern. Und alles untermalt von diesem großen Salasandra-Gesang, den ihr überhaupt nicht versteht, den ihr einfach nur als konstant da seiende Melodie wahrnimmt, die unglaublich schön in den Ohren klingt und sich immer wieder so verändert, dass es genau zu der Situation passt, in der ihr gerade irgendetwas betrachtet. Es ist so, als würdet, wenn ihr vor einer Laterne steht und sie betrachtet, dann ist es so, als würdet ihr das, ja, das genau passende Lied zu dieser Laterne hören. Und wenn ihr ein Haus betrachtet, dann ist es als ein Lied über ein Haus, was ihr hört. Es ist so das perfekte Lied, um dieses Haus zu beschreiben. Es ist merkwürdig, das so zu sagen, aber es ist jedes Mal so, als wenn ihr hier irgendetwas betrachtet. Selbst wenn ihr euch gegenseitig anschaut, ja, auch dann schwirrt da eine Melodie durch die Luft und ihr sagt, ja, die beschreibt den Lumin echt gut. Und seinen Minden zwar in einer ganzen Daseinsart, in seiner Stimmung, in seinem Gesichtsausdruck, in seiner Präsenz, ja, es ist so, als würde irgendeine Melodie aus Lumin herausströmen, die ihm verrät, was er ist, eigenartig. Und dennoch passt es alles zueinander und es ist nichts disharmonisch, nichts durcheinander, alles ein Lied. Sehr faszinierend. Wie gesagt, ich würde halt rumgehen und würde fragen, ob jemand mitkommen will. Ich würde mich gerne umschauen. Ich begleite dich gerne, das ist alles sehr faszinierend und wunderschön. Habe ich das richtig mitgekriegt, Shai Ariel ist alleine losgezogen, ja? Ja, ich glaube, sie ist kurz ihre Sachen gepackt und ist dann weitergegangen mit den Elfen einfach. Sie ist abgetaucht wieder in ihre Elfenwelt, so kann man das, glaube ich, beschreiben. Ich hoffe, dass sie zurückkommt und nicht hierbleibt. Hoffen wir es mal. Alricio, bist du dabei? Vomit. Sehr gut. Und guck raus und sieh das Ganze. Es wird wahrscheinlich im Haus nicht anders wirken. Und murmeln nur so vor mich hin. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind noch nicht aufgewacht, wenn ich mich hier so umgucke. Ja, oder irgendwie, es ist ein Misch aus Traum und Realität. Es ist seltsam, es fühlt sich an wie ein realer Traum, als würde man den Traum beeinflussen können. Ich meine, ich habe das ja ein bisschen gelernt, aber das hier ist irgendwie noch ein ganz anderes Level. Wir sind hier Gäste und doch keine Gäste. Also, die Musik überall und die von jedem von uns ausgeht, von allem hier ausgeht, es ist einfach überwältigend. Du warst ja im Vermächtnis der Völker nicht dabei. Mhm. Genau so, nur andersrum fühlt sich Shai Ariel, wenn sie unter uns ist. Mhm. Kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Echt? Ich nicht. Ja, also, kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Ich habe es ja von meiner Mutter mitbekommen, auch wenn es schon eine Weile her ist. Ja, aber Lumin und ich haben es verstanden und wir haben es immer noch nicht begriffen. Also, wir haben es erlebt und wir haben es immer noch nicht verstanden. Also, es ist einfach so fremd. Es ist so andersartig. Man denkt immer, das ist das, was ich daraus gelernt habe. Man denkt immer, ja, Elfen, die wohnen halt im Wald, die sind ein bisschen wilder, die haben so ein paar Eigenarten. Nee, sie sind einfach ganz anders. Ja, also, verstehen war das vielleicht auch das falsche Wort, aber ich kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen durch meine Mutter und meine eigene Geschichte her auch. Ich war auch immer so ein bisschen Außenseiter. Wie lange hattest du was von deiner Mutter? 14 Jahre. Also, doch schon gut, aber sie hat nicht viel darüber geredet. Und dann ist sie gegangen oder gegangen? Wieder krank geworden und gestorben. Ein Beileid, auch wenn schon was her ist, wahrscheinlich. Nein, sie hat mich, so komisch das klingt, sie war ja bei den Marbiden zuletzt. Und dadurch bin ich bei denen, wo ich jetzt auch im Orden mit bin. Dadurch bin ich da rein, Marbiden, bei den Marbiden. Okay. Im Hospital. Und dadurch bin ich, ich habe da auch rein gerutscht. Also, es ist irgendwie eins zum anderen gekommen. Jetzt bin ich hier und ich verstehe irgendwie, wieso sie halt dann irgendwann, sie wollte zurück, aber die Krankheit hat, dadurch die Krankheit hat sie es nicht mehr geschafft. Jetzt bin ich hier. Ja, ja, ja. Es würde, glaube ich, deine Mutter freuen, dich hier zu sehen. Oder dass ich sie kenne. Ich glaube auch, wenn sie irgendwie über die Wege dahin erstaunt wäre. Also, es wäre vielleicht gar kein Zufall. Mhm. Kann natürlich sein. Deshalb, habt ihr das mal angefasst? Das fühlt sich so... Ach, es ist einfach wunderschön. Es fühlt sich fast wie das Holz an, was ich kenne, nur scheint es zu singen. Ja, und es ist wirklich lebendiger. Diese Details hier und Tashmiro fährt über so eine, vielleicht auch so eine Tür, an der Türe irgendwo, an einem Fenster vorbei. Das kriegt kein Schnitzer hin. Das ist einfach gewachsen. Ich habe davon gehört, dass Elfen Pflanzen sagen können, wie sie wachsen sollen. Aber das selbst zu sehen und das in diesen Dimensionen und guckt dann noch so hoch nochmal in die Gipfel, ist schon... Ich wüsste nicht, wie ich das jemandem beschreiben sollte, der nicht hier gewesen ist. Gar nicht. Also irgendwie beschreiben, aber wir würde es halt nie erfassen können. Ich erinnere mich daran, dass Shaiyariel von Forman gesprochen hat. Vielleicht eine Art Bauarbeiter der Elfen. Also Bauarbeiter. Ja, das ist sehr hart ausgedrückt. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil von einem Bauarbeiter. Der schlägt nichts zurecht. Ich meine nur, er baut auf. Ja. Im übertragensten Sinne. Also er hat Werke, die halt einfach mit sehr, sehr, sehr mit dem Material arbeiten. Ich meine, Snorri arbeitet ja schon mit dem Material. Aber er arbeitet mit totem Material. Und die Elfen machen es viel, viel besser mit dem lebenden Material. Und ich glaube, es ist auch, ich weiß nicht, wie sie dieses Sagen, also dem Holz sagen, wie es wachsen soll. Sondern sie stellen sich etwas vor und das Holz macht es. Meine Mutter hat manchmal einfach aus, wenn sie das Metall bearbeitet hat, als wäre es, ja, das sich von selbst in die Richtung bewegt. Ganz ehrlich, wenn die Elfen davon sprechen, dass Macht so fernab vom Licht ist, heißt, ich glaube nicht, dass sie dem Holz sagen, dass es in dieser Form wachsen soll. Ich glaube, die bitten höflich drum. Ja, ja, genau das meine ich. Ja, sie bitten halt das Holz. Sie haben diese Vorstellung. Und dann, 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 bitten sie das Holz, das zu tun? Das klingt, das klingt absurd für unser Eins, aber. Den Luxus haben wir halt auch nicht. Es ist vielleicht vergleichbar mit uns Geweihten, wenn wir die Götter um einen Gefallen bitten. So ganz, ganz weit entfernt auf einer komplett anderen Ebene, aber klingt das seltsam? Ich glaube, das klingt seltsam. Nicht seltsamer als die Magie, die ich bisher von unseren Leuten gesehen habe. Ja. Oder die Wunder, die teilweise durch Geweihten gewirkt wurden. Ja, ich glaube, wir haben doch nochmal ein anderes Verständnis. Bei uns ist das Ursache-Wirkungs-Verhältnis irgendwie doch nochmal ein anderes. Also, ich meine, frag mal einen der Magister, wie die Magie sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ebenso wie unser Handwerk funktioniert. Das ist halt ein Einschleifen des Rituellen. Und damit eben das Erzwingen einer gewünschten Reaktion der Umwelt. Katzellani mir aber versucht hat, darüber was zu erzählen. Hat sich das so angehört, als würde er irgendwelchen Stoff weben wollen? Exakt. Es ist mehr ein Handwerk als alles andere. Und damit glaube ich, dass die Elfen, also, ne? Da ist nichts in irgendeiner Weise so. Ich versuche Dinge zu verstehen, wo ich eine Chance habe, diese auch zu verstehen. Das hier nehme ich jetzt erstmal so hin. Das ist mir vollkommen klar. Und ich weiß nur daraufhin, dass selbst dieses Verständnis sowas von meilenweit von dem entfernt ist, wie es wirklich zu sein scheint. Oder wie es wirklich ist. Vielleicht auch hat einfach, es ist einfach, wir können es nicht begreifen. Es ist nicht in unserer Natur liegt. Wir können einfach nur staunen über die Leistungen. Das, was sie können. Glaubt ihr, der Tag und die Nacht laufen hier so ab, wie wir es gewohnt sind? Ich bin mir hier momentan bei nichts mehr sicher. Ich habe auch keine, die Uhrzeit, das Gefühl für die Uhrzeit auch verloren. Wenn du in den Himmel schaust, siehst du den Mond deutlich zwischen den Blättern herunterscheinen. So als würden die Bäume das Licht durchlassen wollen. Aber es ist bewölkt. Und hin und wieder schiebt sich eine Wolke vor den Mond. Und macht das Ganze ein bisschen düsterer, als es sein sollte. Dann halte ich mich von den Rändern entfernt. Nicht, dass ich irgendwie am Mangeln von Licht plötzlich irgendwas, wo ich dann näher am Erdboden bin, als ich wollte. In schnellerer Zeit. Was machen wir heute Abend noch, während ich so da lang schlendere mit euch? Können wir gucken, ob wir irgendwo was zu essen bekommen? Das ist eine gute Idee, aber sowas ähnliches wie Händler oder sowas, habe ich bisher noch nicht wahrgenommen. Vielleicht haben sie irgendwo eine... Nur ein paar und gucke in die Richtung... ...Kochplatz oder sowas. Man hat euch einen Korb mit Früchten und Nüssen und Wurzeln, witzbaren Wurzeln, durchaus in euren Behausungen gebracht. Also ihr werdet da nicht hungern. Ach so. Wasser und so gibt es natürlich auch. Früchte und Wurzeln. Mir fehlt ein Stück Fleisch auf dem Teller tatsächlich. Aber es wird für ein paar Tage gehen. Wir hatten das gerade mit dem höflich Fragen. Ich vermute, dass Pflanzen durchaus gewillt sind, das höflich abzugeben. Ich glaube nicht, dass ein Schwein freiwillig seine Haxe darbietet. Wenn du es für höflich fragst. Bevor ich mit Schayariel zusammengekommen bin, hätte ich auch niemals erwartet, dass man mit Tieren reden kann. Und wenn die jetzt auch noch Pflanzen bitten und man hinterher mit den Pflanzen auch nochmal reden kann, oder zumindest die Elfen es können, Ja, Punkt für dich. Ich vermute allerdings, ja, können sie. Wenn, sonst könnten sie wahrscheinlich das mit den Bäumen auch nicht machen, wenn sie nicht mit den Bäumen reden könnten. Und die Bäume singen und klingen und sprechen darüber ja auch. Einfach hinnehmen. Ja, ganz einfach, ohne Probleme. Keine Gedanken drüber machen, sonst. Total einfach. Wenn Schayariel noch so durch dieses Lied des Salasandras reist, schlossenen Augen mitsummt und mitmusiziert, erkennt sie eine Geschichte, die sich hier erzählt wird, von einer alten Elfe, von Amalaya Windbändiger, einer Schiffsbauerin. Vielleicht ganz interessant für Snorri. Und deswegen hört Schayariel etwas genauer zu. Vielleicht ist es auch ihr Anliegen, Snorri vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen was zu erzählen über Schiffe, wo sie doch selber fast noch nie Schiffe so richtig wahrgenommen hat. Und deswegen hört sie was von Amalaya Windbändiger, wie sie ein Schiff erschaffen hat. Und du hörst wirklich, es würde diese alte Elfe neben dir stehen, obwohl sie nicht anwesend ist, ihre Worte. Dieses Schiff soll ein Schiff sein, das nicht das Taubra, sondern das Mandra durchreißt. Es soll anders sein, als alle meine vorherigen Werke und nicht im Zeichen und Dienste des Zerzer stehen, sondern des Nandura. Es soll den Ozean der Lüfte bereisen und deshalb den Namen Bahalüe tragen. Und doch soll es viel mehr sein als das, denn ein Ozean, sein Ozean, sollen die Träume der Fae sein, die Madaya uns schenkte als Erinnerung und als Mahnung an unsere Herkunft, aus dem Ski. Und so singt diese Elfe, als würde sie neben dir stehen und du siehst einen traumhaften, großen, alten Baum neben ihr, wie er sich materialisiert vor deinen Augen. Und du siehst, wie sich ihr Lied mit diesem Baum verbindet und aus deinem der Äste die erste Planke eines Schiffs entsteht. Amalaya singt aus dem Baum das Schiff, ein Lied voller Harmonie, ein Lied voller Licht, die Bahalüe, die, die durch die Lüfte reist. Und das Schiff nimmt Gestalt an, während der Baum, der neben dir Elfe steht, zehnmal Herbst und Sommer erblickt. Er wird weg und entsteht wieder. Und dann spricht Amalaya, es ist vollendet, Elola. Dies ist die Bahalüe, die eins ist mit Amalaya. Denn in dieser ganzen zehn Jahren hat sie nicht nur das Schiff geschaffen, sondern das Schiff hat sich mit ihr verbunden und ist ein Teil von ihr geworden. So sagt man. Und so singt man in den Legenden der Legenden-Sänger dieses Stammes. Jetzt kannst du Snorri erzählen, wie die Elfen Schiffe bauen. Indem sie ihre Seele in die Pflanzen legen. Ich versuche mir das alles zu merken, denn irgendwie eine sprechbare Sprache zu übersetzen, ohne dass zu viel vom Wundersamen verloren geht. Während... Ja, Entschuldigung. Ich schalte mich aber trotzdem noch ein bisschen da zu bleiben. Weiter zuzuhören. Während du diesen Traum im Saralasandra hast, spielt Tashmeros Windharfe genau das gleiche Lied, was du da gerade siehst, von selber, also fängt an von selber zu spielen. Genau das Lied. Das kann Tashmero natürlich mit nichts verbinden. Du siehst auch nicht, was Shaiyariel sieht, aber das ist genau das gleiche Lied. Und wenn du dir die Melodie merkst und sie mitsummen oder mitsingen kannst, wird Shaiyariel es wahrscheinlich irgendwann erkennen, erkennen, wenn du es singst. Mhm. Tashmero taucht auch so ein bisschen, versucht so ein bisschen auch einzutauchen in die Welt, die es umgibt, und einfach das Ganze versuchen, sich aufzunehmen. Und als sie Haarfüttern spielt, gibt natürlich dieses heraus, sich ein Lied der Haarfüttern. Und ja, Tashmero nimmt das auf. Es ist irgendwie versunken da drin, also nachdem wir uns dann vielleicht auch wieder in unser Haus zurückgezogen haben, lehnt sie am Baum und ist einfach entspannt und taucht dann alles ein. Ja. Es wird das definitiv dann irgendwann anfangen, dieses Lied zu zoomen. Dann hören sie gleich auch die anderen beiden. Das ist irgendwie, ja, ein Lied, was Tashmero auch so berührt. Ja, Lumin würde tatsächlich ein wenig lauschen. Aber er würde ein wenig trainieren, um die Zeit totzuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein paar Übungen machen. Die Waffen mussten wir ja abgeben, also werde ich mir, oh Gott, einen Stock abbrechen oder so, lose Stöcke wird es hier wahrscheinlich auch nicht geben, oder? Okay, dann, uff. Weiß ich nicht. Gibt es, ist die Plattform groß genug, dass man da eine Runde joggen kann, oder sowas? Ja, kannst du auch am Boden joggen, ne? Ja, oder so. Also, ich werde irgendwas finden und dann. Dann führt dich dein, dein Joggingweg in so durch die, in die etwas entlegeneren Teile des, des Ortes, weil du müsstest ja eine große Runde drehen. und dann kommst du tatsächlich einem wenig beleuchteten, aber, ja, also schon beleuchteten, aber weniger beleuchteten Teil vorbei und siehst eine große, eine große Wand aus Gestrüpp, dicke Disteln und Dornengestrüppe durchwachsen mit den Ästen großer Bäume, die zur rechten und zur linken von diesem Sträuchern wachsen. Es ist so, als würden diese Gebüsche oder diese, diese Pflanzen miteinander ein Geflecht spinnen wollen, das genau an dieser Stelle wirklich richtig dick und widerspenstig aussieht. Man schaust du auf den Boden, weil du bist da ja so einen Weg entlang gejoggt, sehe ich da auf dem Boden schön mit so Steinen an der Seite irgendwie, die haben die Elfen einen Weg angelegt, mal waren es Steine, die in ihm begrenzt haben, mal so ein paar Baumgeflechte oder so, bis den Weg entlang und jetzt endet der Weg genau an dieser dicken Gestrüppwand. Und die ist unglaublich hoch, bestimmt fünf, sechs Schritt hoch und endet halt oben in den Ästen der Bäume, in den dicken Bepflanzungen und, äh, Laubwerk der Bäume. Ich denke mir nur, das soll also wohl ein dezenter Hinweis darauf sein, dass ich hier nicht langlaufen soll. Guck mich mal so rechts und links um. Du siehst einige dieser Elfen, Beschützer, Begleiter, wie sie, äh, so ein bisschen skeptisch auf dich herunterblicken und dann fällt dir auf, dass sie etwas unruhig werden. Ich rufe auf meinem, naja, immer noch sehr, sehr menschlichen Elfisch, äh, gibt's ein Problem? Das Lied, was du immer noch wahrnimmst, wird ein bisschen leiser und im nächsten Augenblick merkst du, es wird ein bisschen kalter hier und es kommt Wind auf und, äh, ein paar Laubhaufen werden aufgewühlt und zu einer kleinen Windhose dreht es sich und du fühlst halt durch dieser Wind, dass dieser Wind irgendwie etwas, was Kälte mit sich bringt. Und, äh, wird mich jetzt wahrscheinlich in einem dunklen Wald jetzt nicht in der Nacht kühler Wind... Es ist Beleuchtung da, ne, aber nur weniger als woanders, wo du schon gelaufen bist. Ich würde, also sagen wir so, kalter Wind würde mich jetzt wahrscheinlich in einem, in einem Wald, äh, in der Nacht im Wald jetzt nicht sonderlich verwundern. Mich verwundert mehr die Reaktion der Elfen darauf wahrscheinlich. Schayariel, Tashmero, Arithio und die anderen werden auch diesen gleich jetzt aufkommenden Wind bemerken und dass die Elfen so ein bisschen, ja, also bei Schayariel merkt man es am allermeisten, dass viele aus dem Salasandra heraus sich bewegen und ein bisschen unruhig werden. Vielleicht keine Antwort auf meine Frage. Nein. Was, gut, dann würde ich zu meinen anderen Leuten jetzt zurückgehen wollen. Jogst so schnell du kannst zurück. Ja, dann vielleicht sogar ein bisschen, also, ja, doch, joggen. Kameras joggen. Schmöre kommt doch dann auch aus ihrer bisschen Entspannung zurück. Oh, kann es sein, dass der Wind frisch geworden ist? Das ist irgendwie nicht angenehm. Erichio, oder? Oh. Oh. Erichio blickt nach oben auf den Himmel, wo der Mond jetzt völlig verdeckt ist von, von Wolken, also es ist deswegen etwas düsterer hier jetzt auch und in den Wolken ist keinerlei Bewegung zu erkennen. Hört man denn irgendwo noch Wind oder so? Oder ist es auch total Du merkst den Wind auf der Haut. Der ist jetzt nicht irgendwie super stark, dass er dich irgendwie umweht oder so, aber du merkst so einen ständigen kalten Windzug. Ja. Sieht das denn so aus, als hätten sich die Wolken vor den Mond geschoben und würden da jetzt verharren? Da hast du jetzt in den letzten Minuten nicht so drauf geachtet. Du hast jetzt gerade wo Tashmero das sagte so nach oben geschaut mit dem Wind und jetzt siehst du halt, dass der Mond halt richtig richtig verdeckt ist und dass sich da oben halt auch nichts mehr bewegt jetzt andern. Das ist halt komisch, weil wenn Wind ist, müssten sich die Wolken eigentlich bewegen. Mhm. Tashmero Sieht nicht gut aus. Wie meinst du das? Hast du mal nach oben geguckt? Bei dem Wind müssten die Wolken sich bewegen. Sie stehen vor dem Mond. Oh oh. Im Normalfall hätte ich gesagt, du, das ist ein schlechtes oder ein gutes Omen. Mhm. In den meisten Fällen wäre es für mich ein gutes Omen. Bei der Beobachtung der Herrschaft über die Natur, ich nenne es jetzt einfach mal Herrschaft, über die Natur von Elfen könnte das etwas Schlechtes bedeuten. Mhm. Ja. Wir haben keine Waffen. Lass uns auf jeden Fall mal gucken, dass wo die anderen sind, dass Lumin kommt, dass wir nicht getrennt werden. Ich hätte gerne auch mit Shairi gesprochen. Ja. Weil sie uns sagen kann, was die Elfen daraus machen. Die werden das ja hoffentlich auch mitbekommen haben. In der Regel haben die schärfere Augen als wir. Ja, also Kashmero schaut sich um. Die Elfen in unserer Nähe sind dann auch nervös. Die sind wirklich nervös, ja. Also wenn ich mir unsere Aufpasser so angucke, scheint irgendwas im Gippe zu sein. Was sollen wir machen? Wir halten uns bereit. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass unsere Gastgeber ein bisschen mehr auf dem Kasten haben dürften als wir ohne Waffen. Ja, ich hoffe doch. Ja. Ich würde mich, also ich würde auch noch hören, was los ist, ob ich was erfahre und dann würde ich mich aber tatsächlich auch zur Gruppe zurückbegeben und immer noch mal gucken, ob ich irgendwelche Informationen auf dem Weg mitbekomme, irgendwelche Gespräche höre, irgendwas aufschnappe, was los sein könnte. Und ein Gefühl kriege, ob das normal ist oder ob auch die Elfen beunruhigt sind. Es ist eine große Beunruhigung da. Keiner weiß so richtig, was das gerade ist. Irgendwas Eigenartiges passiert hier gerade, was nicht sein soll. Man merkt jetzt auch, jetzt, als Lumin um die Ecke biegt, zu Ritio und Tafmiro aufschließt, irgendwie, dass sich dieser Glitzer verzogen hat, der über allem drüber liegt. Dass die Lichter teilweise ausgehen, immer mehr Dunkelheit einkehrt im Elfen dort. Meine ich das oder wird es dunkler? Das ist nicht beruhigend. Nicht nur ihr seid beunruhigt, auch die Elfen sind beunruhigt. Haben wir irgendwas, was wir im Zweifel als Waffe nutzen können? Nein, oder? Wenn wir jetzt nicht anfangen, irgendwelche Äste abzubrechen. Ich hole mal die Schutzamulett- Plakette raus. Ja. Als Shaiyariel dann auch zu euch stößt, hat es wirklich den Eindruck, als ob die Schatten größer werden und irgendwie das Licht auffressen. Shaiyariel, was ist los? Von deinen Leuten wollte mir keiner eine Antwort geben. Ich glaube, sie wissen das selber noch nicht so genau. Sie sind auf jeden Fall sehr beunruhigt und wissen das selbst nicht einzuordnen, was da passiert. waren eigentlich miteinander vereint und im Singen und es war sehr harmonisch und glücklich und dann kam plötzlich diese Dunkelheit und der Wind und die Schatten und irgendwas stimmt hier nicht und die Elfen sind sehr beunruhigt. Aber mehr habe ich leider nicht in Erfahrung bringen können, außer dass das eben nicht vorgesehen war. Zwei dieser elfischen Aufpasser stehen jetzt irgendwie relativ nah bei euch haben ihre Waffen gezogen und blicken aber von euch weg in die Dunkelheit hinein. Die jetzt immer weiter kriecht und irgendwie aber auch sich den beleuchteten Platz auf dem hier steht gerade irgendwie nähert und immer mehr von dem Licht aufzufressen scheint. Die stellen sich so zwischen die Dunkelheit und euch. Ich würde zu einem der Elfen sagen auf meinem tollen Elfisch gebt uns eine Waffe dann können wir helfen. Sie scheinen euch zu ignorieren. Bin ich ja mittlerweile gewohnt. Okay, geht am besten ins Haus. Im Haus ist es stockdunkel. Nö, da gehe ich jetzt nicht rein. Nein. Wieso hast du Angst vor der Dunkelheit? Vor dieser Dunkelheit, wenn das das Böse ist, was uns verfolgt, ein Teil war, dann sollten wir auf jeden Fall da bleiben, wo Licht ist und zusammenbleiben. Solange der Himmel nicht anfängt zu kreischen. Noch eine Lampe, die ausgeht und noch eine und noch eine und der Wind wird stärker. Wie Licht dabei oder irgendwas, was uns schützen kann. Du hast eine Laterne mitbekommen, mit der du halt irgendwie so mitgehen kannst. jeder wird so ein Ding bekommen haben. Jetzt sieht man auch eine von diesen kleinen Feen mit ihren kleinen Feen Laternchen, die dann irgendwie von der Dunkelheit verschluckt werden und irgendwie nicht mehr da sind. Das Licht geht halt sowieso aus. Nicht mehr sichtbar. Okay, irgendjemand eine Idee? Guckt zu unseren Magiern, könnt ihr vielleicht noch für Licht sorgen? Haben wir nicht irgendwelche Artefakte vielleicht? Die so? Ich hole meinen Stein raus. Die Magier sprechen sehr schnell ein Flimflamm und ein paar Lichtkugeln kreisen dann um euch herum. Ich nehme meinen Gwen-Petril-Stein raus, den ich von den Elfen bekommen habe. Der flackert ganz stark hin und her. Soll der das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe diesen Stein bekommen und soweit ich weiß, ist es ein Gwen-Petril-Stein. Ich glaube, so heißt diese leuchtenden Steine. Die heiligen Steine der Effert-Kirche. Im nächsten Effert-Tempel direkt abzugeben. Aber die lackern nicht normal, oder? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass sie leuchten. Von wir in Schutz Segen sprechen, Richie, wenn es hilft. Ich weiß nicht, ob das hier so günstig ist, oder ob das nicht die Elfen auf den Plan ruft. Ich weiß nicht, ob die da negativ darauf reagieren. Ich glaube, in dem Moment solltet ihr vielleicht einfach alles tun, was irgendwie die Dunkelheit fernhalten kann. Also wie gesagt, ich habe hier diese Elfen-Plakette, auf die ich sehr große Hoffnung setze. Hervorragend. Und die ziemlich sicher, weil sie elfisch ist, Elfen deutlich weniger beleidigen dürfte als ein Gebet an meinen Gott. Ich würde mich mal in die Nähe von einem der anderen Elfen stellen. Ja, die stehen halt jetzt irgendwie, haben sich da zwischen euch und der aufziehenden Weichen halt von dieser Dunkelheit zurück. Und als dann der eine merkt, dass du näher an ihn herantrittst, dann raunt er dich irgendwie an und dann kannst du mit deinem gebrochenen Elfisch, dass du kannst, so eine Art zurück irgendwie wahrnehmen. Weiche, weiche zurück. Dann sage ich nur, ich will helfen. Und der hat halt in dem Moment eher auf dich aufgepasst, anstatt auf die Dunkelheit, die aufzieht. Und es ist dann so, als würde dieser Schatten und diese Dunkelheit sich an seinem Fuß hochziehen. Und in dem Moment gibt es einen Ruck und der Typ wird in die Dunkelheit hineingezogen. Konnte ich, super. Also irgendwie packen oder sowas, als ich gesehen habe, dass diese da ist eine unglaubliche Kraft, die du nicht erwartet hast, die sind sofort dann aus deinen also du hast noch so ein Knacken in dem Handgelenk des Elfen, weil du ihn festhältst mit voller Kraft und dann musst du loslassen oder würde es halt mit gezogen werden. Und der andere Elf wird jetzt so ein bisschen panisch und schaut immer zwischen euch und der Dunkelheit hin und her. Hat der andere Elf sein Schwert fallen lassen oder seine Waffen fallen lassen? Hat er es noch? Aber der weiß halt nicht irgendwie, ihr schaut doch die ganze Zeit, was soll ich denn damit jetzt gegen Dunkelheit machen? Ich würde ihn anrauen, kannst du nicht Licht machen und bleib von der Dunkelheit weg. singt sinkt irgendwie was vor sich hin und auch bei ihm entsteht eine Lichtkugel über ihm und er zieht euch immer weiter zurück immer mehr weit zusammen und im Licht dieser magischen Flimflamm Kugeln die euch irgendwie umkreisen vier vier drei von den Magiern einer von den Elfen scheint sich so die diese Dunkelheit so um euch herum zu kriechen die Kugeln des Flimflams greift es irgendwie nicht an aus irgendeinem Grund scheint das Licht des Flimflams abzuhalten Arricio mit seinem Aluminum steht davor der Elf mit seinem ausgestreckten kleinen Säbel steht da umfährt euch quasi diese Dunkelheit und irgendwann ist es halt überall um euch herum stockfinster nur über euch selbst nicht und dann gibt es einen großen Knall in der Ferne und dann ist schlagartig die Dunkelheit verschwunden und die Lichter gehen wieder an sind Elfen da Du siehst den Elfenbeschützer am Boden mit verkrüppelter und in komischen Winkeln abgetrennt nicht abgetrennt aber so in komischen Winkeln abstehenden Gelenken Du siehst mehrere tote Feen am Boden mehrere Elfen die tot sind aber die irgendwie so runtergefallen sind von Bäumen oder so wahrscheinlich oder so Was zu den Niederhöllen Aber du siehst zum Beispiel auch Fackeln auf dem Boden die noch brennen Was für Dämonenwerk war das Nicht Dämonenwerk Macht Demonstration Lass uns schauen wer überlebt hat Ich gehe zu dem Elfen der auf dem Boden liegt hin mache ein Boronsrad über ihm einfach aus und würde seine Waffe nehmen Lumin leg die Waffe wieder weg leg sie hin ernsthaft und wie sollen wir uns dann verteidigen du vertraust mir jetzt bitte leg sie hin verteidigen ist jetzt vorbei aber wir sollten gucken wer noch lebt und ob wir Leute finden die uns helfen können oder sagen können was passiert ist und vielleicht die verwundeten versorgen falls es welche gibt der Kampf ist vorbei dieser ich werde schauen dass ich beim Verräumen der Leichen helfe ich weiß nicht wie das von den Elfen ist aber naja wir sollten nicht zu weit voneinander entfernt sein oder vielleicht wenigstens zu zweit oder zu dritt bleiben würde ich sagen wir sollten erstmal zusammenbleiben bis wir herausgefunden haben was hier überhaupt passiert ist als erstes legst du bitte die Waffe wieder hin besser ist das ich guck mal so während ich anstalten mache eine Folge zu leisten guck ich mal auf den anderen Elfen wie er reagiert hat als ich die Waffe aufgenommen habe der hat dich ganz genau beobachtet und so mit dem Blick den Pölle gerade hat du siehst jetzt einen Elfen und einen Fix gewalt genau gleich gucken genau widerwillig aber er legt hin der andere Elf geht dann zu dem Ding hin und steckt das sich ein also Shaiariel hört auch aus dem Lied was jetzt irgendwie immer wieder anklingt es ist zwischendurch auch verschwunden und es war dann in den Ohren nur dieses Rauschen des Windes aber jetzt schwillt das Lied wieder an und es singt halt von Trauer und von Unverständnis Panik es gibt bei uns Facts Gewalten ein Sprichwort das musst du dir unbedingt zu Herzen nehmen wenn das Licht wieder angeht haben deine Finger nichts mehr in der Geldbörse zu suchen ich würde mal gucken ob ich Siri finde oder einer von den anderen die bei dieser Gerichtsverhandlung da waren oder ja also ja oder wer auch immer gucke ich also ich schaue einfach mal ob ich irgendwelche Leute finde die mit uns reden könnten als erstes findest du tatsächlich Siri die irgendwie auch in eure Richtung läuft und halt auch so eine Leuchtkugel über sich liegen hat dann gut ist euch gut niemand verletzt von uns ist niemand verletzt aber leider einer der elfischen Wachen wie sieht das hier aus im Dorf ja die Wachen hat es fast alle erwischt viele Krieger sind gestorben wer auch immer es war hat es vor allen Dingen auf die Wachen und die Krieger abgesehen ich weiß nicht es sind wahrscheinlich nur die die sich dem entgegengestellt haben wir haben das Tor gesprengt das Tor das Tor zu den Salamandersteinen das war also der Knall das ist nicht gut das heißt dass Daza ist jetzt in dem Traum dann sollten wir schleunig hinterher sie werden euch nicht so schnell lassen ihr müsst die Prüfung zuerst weiter bestehen das ist doch Wahnsinn wenn die also es ist doch naheliegend dass die jetzt schon da sind wir müssen noch was tun ich schätze dass die selbst Leute hinterher geschickt haben nein die meisten Wachen sind doch weg keine Ahnung ein oder zwei Späher bis schon häufiger getan und die sind ja alle verschwunden zurückgekommen es bleibt hier ein anderes übrig aber wir werden sicherlich beweisen müssen dass wir nichts damit zu tun haben und dass was geschehen ist nicht mit unserer Ankunft hier zusammen fällt also man erwartet werden wir uns diesem Prozess nicht entziehen können sonst laden wir vielleicht noch mehr Mutmaßungen auf uns Castellani meint lass uns das Tor gucken ob wir irgendwas helfen können oder so ich glaube da sollten wir jetzt nicht hingehen absolut nicht erst nach der Bewertung also erstens würde ich ganz gerne wissen wie so ein Tor aussieht und zweitens wie ein gesprengtes Tor wenn es so aussieht ich glaube wenn wir den Prozess bestanden haben dann werden wir dieses Tor unweigerlich zu Gesicht bekommen Ergo das ist der Weg wir sollten jetzt nichts unüberlegtes tun nicht dass wir noch mehr Zorn und Angst und Wut auf uns laden selbst wenn sie nur einen Sündenopfer suchen könnte es sein dass wir es dann sind ich denke jetzt die Elfen hier sind so alt und so weise dann hoffe ich nicht dass sie so kurzsichtig denken na gut aber es ist nur mal so dass wir angekommen sind und dann die Finsternis in dieses Dorf gekommen es hilft nicht genau das hört Shaiariel jetzt im allgemeinen Lied des ganzen Dorfes wir haben die Menschen hier hingelassen und dann kamen in die Dunkelheit gut das erzähle ich dann weiter dass meine Vermutung stimmt und jetzt alle Elfen denken also nicht alle aber es gibt diese Meinung also offensichtlich wird diese Meinung sich verbreiten ich glaube wir haben jetzt nur die Möglichkeit einfach sehr sehr schnell zu machen und einfach durch das Tor zu fliehen oder uns wirklich diesem Gerichtsprozess zu stellen und zu beweisen dass wir unschuldig sind das sind deine Leute ziehe letzteres vor ich will nicht den Zaun auf mich ziehen und ich hätte gerne meine Ausrüstung wieder ohne Ausrüstung wird es schwierig aber wie sollen wir sie von unserer Unschuld überzeugen wenn wir offensichtlich das Böse angelockt haben mitgebracht oder es uns hier verfolgt hat wir gehen zu dieser OVARA hieß sie richtig ja und wir sorgen dafür dass dieser Gerichtsprozess heute noch zu Ende läuft wir sollen uns wiegen wenn wir die Prüfungen bestehen können sie uns schlecht ankreiden dass wir mit Absicht irgendetwas fabriziert hätten ja ich meine und dieser eine Felami hat ja versucht uns aufzuhalten sie wollten nicht dass wir hier sind und sie haben uns ja hier auch angegriffen nur das Licht hat uns gerettet und Lumin hat auch versucht den Elfen zu retten aber er war halt zu stark ohne den Hinweis von Lumin auf das Licht wäre der andere Elf auch in die Dunkelheit gezogen und gestorben Tashmere du hast recht der Felami hat uns angegriffen also der hätte ja nicht versucht uns zu töten wenn wir hier nicht hätten herkommen sollen wie blämlich wäre es wenn man sich an unsere Fersen heften wollte um hierher zu kommen uns dann vorher zu versuchen auszuschalten ja also niemand ist so sicher wie der Lockvogel bis er dann irgendwann dran ist Professor Silber meint auch es ist doch völlig klar dass er nicht das Licht hat sie abgehalten ja das Licht genau deine Funzel wird sicherlich diese unglaubliche Macht die eine ganze Elfensippe in die Knie zwingt einfach aufgehalten haben ich glaube nicht wir hatten keine Waffen das mag vielleicht geholfen haben die zweite Wache schon ich gucke auf meinen Venthylstein leuchtet der wieder durchgehend ja dann packe ich ihn wieder weg sind da eigentlich auch irgendwelche Runen oder Zeichen drauf oder so ne einfach nur ein Kristall der war aber in der Box steht auf der Box irgendwas drauf also nicht dass ich lesen könnte aber so ein gefälliger Fisch ist drauf eingeschnitzt sehr schön vielleicht lag es ja doch auch an diesem Elfen Amulet was uns gerettet hat der Schutz Amulet gut das warst du das eigentlich hier ähm gefunden hatte er das nicht in der hatte er das nicht eben dem den Elfen erzählt ja ich hab's den Baumdrachen abgenommen ah du hast sie überzeugt so könnte man es nennen ja oder sonst zu zu O'Vara gehen falls sie noch lebt und ja ich glaube was die Elfen brauchen und wollen die macht mir einen zu sturen Eindruck als dass sie sich von sowas einklinken lässt sonst können wir nur an diesen Vermittler uns wenden ja ja ein Regenfieber denke niemand wird irgendwas was das hier war schon mal miterlebt haben aber ihr sucht ähm dann O'Vara auf wie sie sich tatsächlich auch schon auf die Suche nach euch gemacht hatte und schlagt vor dass ihr das dass ihr jetzt schnell machen sollt und dem stimmt sie zu und versammelt wieder alle alle Ratsmitglieder zusammen leben noch alle ja es leben noch alle auch wenn äh einer der Quirassima sich versucht hat der Schmerze entgegenzustellen und äh einen gebrochenen Arm davon gezogen hat aber er konnte der Dunkelheit entkommen respektabel war ein ordentlicher Zug drauf ja er hat wohl irgendeinen Zauber gesprochen oder gesungen der ihn äh versteinert hat also den Arm und dann konnte er ihn herausziehen jetzt fängt er so ein bisschen schlafen in der Gegend und er guckt ein bisschen bedröppelt aber sonst ja dann geht es um äh den Missbrauch der Macht Lumin wirkt bedeutend äh unentspannter ich bin auch noch ein bisschen sprachlos und versuche allem zu folgen aber bin auch in Gedanken bei dem was gerade passiert ist man merkt so man merkt so dass innerhalb der des Rates und das merkt Schayari am besten weil sie ja Teil des Rates ist sich jetzt irgendwie bevor jetzt die Befragung auch weiter geht beim Zusammenrufen durch Owara sich deutlich jetzt Lager erkennen lassen innerhalb dieser Gruppierung die einen und das sind inzwischen relativ viele sind der Meinung dass man die die Helden also eure Gruppe schnell jetzt in die Salamandersteine lassen soll die anderen sind jetzt wirklich auch der Meinung dass sie genau der Grund für dieses ganze schlimme Dinge war und dass man gerade sie jetzt eben nicht noch zur Verstärkung des Darsas in diese Salamandersteine hineinlassen soll aber ihr habt einen Vorteil jetzt weil die Mehrheit auf jeden Fall auf eurer Seite ist und vor der Befragung und dennoch verschaffen sich die die Gegenstimmen also die die Gegner von euch lautes Gehören reden sehr laut und streng und anstrengend und bei den Befragung der Magier wird es immer klarer dass sie wirklich fest nageln auf den Machtmissbrauch den die Magier mit ihrer Magie auswirken besonders Castellani ist hier wieder total im Fokus daher sich auch auf Hellsicht und Beeinflussungsmagie versteht und generell Hellsicht die Hellsicht Magie die Tasia und auch der Silber habe herrschen sie ganz oft wohl schon auch zu ihrem Vorteil eingesetzt haben natürlich haben sie das weil es ist ja Teil ihres seins ihres könnens und dann kommt die Befragung von Airitio und man kommt nochmal auf diese Begegnung mit den Baumdrachen zurück wie hast du es geschafft die Baumdrachen zu überzeugen wir sprachen von meiner Vertrauensbeziehung zu einem höheren Wesen richtig richtig diese Vertrauensbeziehung beinhaltet dass ich Anteil an seiner Macht haben darf und du hast diese Macht eingesetzt um den Baumdrachen ihren Besitz zu nehmen interessant dass gerade ihr von Besitz spricht ich würde eher von Gebrauch sprechen sie haben auf etwas potenziell mächtigem gesessen was uns in unserer Queste weiter helfen könnte und wollten es aus Habgier nicht herausgeben ohne einen Nutzen darin zu sehen und ihr habt euch über ihren ihre Meinung hinweggesetzt und habt entschieden dass ihr Anliegen Gier ist und deswegen weniger wert als das eure welches Anliegen hätten sie sonst haben sollen sie haben es in einem Nest habt ihr versucht es herauszufinden ich hab sie gefragt ob sie bereit wären das einzutauschen ihre einzige Antwort darauf war nein das ist meins das ist unsers es gehört uns unser Schatz das sagt viel so handeln die Drachen oft geschenkt so handeln auch auf die Rosen Ohren auch so das ist wahr Gier ist unter menschenweit verbreitet und diese Kräfte die das höhere Wesen dir verleiht hat haben die geholfen das Blatt zu wenden ja wann entscheidest du ob du wann und wie du das einsetzt eiserne regeln dafür habe ich nicht kann ich auch gar nicht weil die Situationen in denen ich sie einsetze so unterschiedlich sind ich mache es dann wenn ich es für geboten halte wenn ich es für den richtigen Weg erachte aber du bist die entscheidungsdistanz das ist eine gute Frage bin ich das wirklich ich bitte ja lediglich um die ermöglichung na das ist jetzt schon eine entscheidende Frage ich bitte um die ermöglichung die 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 entscheidung das entscheidet ob es passiert oder nicht es ist ja nicht meine macht aber du hast teil darin wenn sie mir gewährt wird ja also entscheidest du doch ich entscheide darum zu bitten noch einmal der ablauf ist glaube ich entscheidend bitte der ablauf ist entscheidend für euch ja dann kann ich aber immer nur das immer nur noch das sagen was ich jetzt gesagt habe ich bitte darum ich entscheide höchstens darum zu bitten und ob es gewährt wird oder nicht habe ich nicht den ab du entscheidest ob du bittest dann bittest du dann wird die höhere macht entscheiden ob sie dir die bitte gewährt und wenn sie die bitte gewährt hast du macht und danach wenn ich sie nicht nutzen wollte hätte ich nicht drum gebeten also brauchst du danach nicht mehr entscheiden die entscheidung habe ich vorher getroffen bleibt sich so ein bisschen über die stirn legt sie so in falten und nicht ganz versteht was du gesagt hast und lassen dich dann nochmal gehen wie ist das mit dir lumien geldorf und tralo welche macht besitzt du schwierig weiß ich nicht was hier unter macht versteht also was verstehst du unter macht dinge zu entscheiden die andere menschen beeinflussen hast hast du solche macht im begrenzten maße ja und wie entscheidest du über das leben anderer nach besten gewissen und gewissen aber was ist das das ist das was mir anerzogen wurde und was ich für solches als richtig erachte ich versuche immer im Wohle der Allgemeinheit zu denken auch wenn ich nicht derjenige bei mir im dorf bin der die hauptsächliche entscheidung trifft da ich der jüngere bruder bin und mein vater die fehlen noch in er enthält dementsprechend ist meine macht sehr begrenzt er stellt sich über die anderen das ist teil seiner seins das haben wir schon herausgefunden er ist ein sogenannter Adliger auch das ist richtig das heißt sein ganzes leben besteht daraus dass er auf andere herab sieht und seine macht nutzt um sie klein zu halten das ist eine beobachtung und woher habt ihr diese beobachtung naja wir wissen wie menschen ticken wisst ihr das wir sehen das also habt ihr wissen über uns erlängt ja und weil ihr ein paar leuten dabei zugeguckt habt urteilt ihr über die ganze menschheit natürlich natürlich ist das nicht ein bisschen kurzfristig gedacht nein glaubt ihr nicht dass es menschen gibt die der macht und hier geht es nicht um menschen hier geht es um euch exakt und ihr habt mich dabei beobachtet wie ich leute klein gehalten habe und auf sie abgeblickt habe hast du das nicht gemacht nein wann wohnst nicht in einem großen haus und die anderen in kleinen häusern unten im dorf wohnen ich kann aber nur in dem großen dorf leben weil die kleinen leute weil die leute draußen arbeiten warum arbeitest du nicht ich arbeite meine art und weise also weil das nicht meine aufgabe ist meine aufgabe ist eine andere welche hinterher dieser entscheidung zu fällen dass das ganze dorf dass es dem ganzen dorf hinterher gut geht irgendwann mal wenn ich an die reihe komme das ist keine arbeit ist das nicht verantwortung zu tragen ist keine arbeit für euch über die geschicke von mehreren leuten zu entscheiden und versuchen das beste für sie raus das macht über die geschicke anderer zu entscheiden ja aber fürs wohle aller einer muss es doch machen wir haben letzt eben schon festgestellt dass wir nicht diesen gesang haben wie ihr es habt also müssen wir entsprechende strukturen schaffen er macht das ich einfach meldet sich zu den anderen elfen er könnte wenn er wollte aber er tut es nicht weil er es nicht anders gelernt hat meint ein anderer Elf das schützt ihn nicht davor dass er es so tut ich glaube tief in seinem Innern weiß er dass es falsch ist das ist der Weg der Dinge nein es ist nicht und manchmal haben die falschen die Führung und treffen falsche Entscheidungen und manchmal sind es die richtigen und ich versuche auf den richtigen Fahrt zu wandeln ob mir das immer gelingt kann ich nicht garantieren er hat macht so bekommen hat noch nicht einmal etwas dafür getan außer geboren zu werden abscheulich so was dreht sich um schütt mir im kopf ich gucke zornig diesem elf hinterher ich möchte da gerne mal eine gegenfrage stellen was hätte er dagegen tun können antwortet hier nicht die diskutieren jetzt über Lumin und über die Art wie er lebt hat noch ein bisschen Ich tigere gerade so ein bisschen auf und ab währenddessen und murmeln so ein bisschen was vor mich hin scheint ein bisschen gefrustet zu sein Es scheint so zu sein dass das unter Menschen dass die nicht diese Möglichkeit haben miteinander gemeinsam Entscheidungen zu treffen und dass alle gleich sind es verwirrt mich auch sehr andererseits habe ich Lumin nie so erlebt in unserer Gemeinschaft dass er irgendwie sich über andere erheben würde im Gegenteil sondern er versucht also eigentlich ist er wie alle anderen und ich merke jetzt nicht dass er irgendwie irgendwo reingeboren sein soll sondern er verhält sich auch wie die anderen der Gruppe und er beansprucht nicht mehr oder weniger Macht sondern er ist einfach Lumin weil er hat ja auch er ist ja nur so ein Zweit geborener also hat er ja auch die Macht noch gar nicht einer ich wollte meine Leute verteidigen wie immer achso du bist gar nicht da ja nur der entscheidende Blick eines Wächters hat ihn davon abgehalten und von Arigio der hat zuerst gesagt dass er nicht das Schwert nehmen soll und dem hat er sich gefügt obwohl Arigio kein Adliger ist soweit ich weiß also hat er sich Arigio untergeordnet unterweisung der aber widerwillig ja aber er ist lernfähig was das betrifft sonst hätte er es ja nicht getan umso schlimmer dass er es bei anderen dingen nicht tut ich sagte ja ich glaube ich weiß genau dass er weiß was gut und was schlecht ist und er tut es trotzdem das schlechte vielleicht weil er gar nicht bisher die gelegenheit hatte das anders zu machen aber er tut es ja jetzt in den letzten Wochen hat er ja nicht so gehandelt wie er erzogen worden ist Siri stimmt dir bei also vielleicht lernt er ja dass das nicht der richtige Weg ist wie er da reingeboren wurde und dass es vielleicht andere Möglichkeiten gibt Macht also keine Macht auszuüben sondern vielleicht demokratisch Dinge zu entscheiden und miteinander und dass alle das gleiche besitzen und haben Raleon mischt sich jetzt ein und meint das ist doch eine total sinnlose Diskussion hier die wir hier führen wir können uns dann noch bis morgen früh darüber unterhalten und können jetzt auch noch den Hang zur Gier an den Fax Geweihten angehen und können dann sagen du bist gierig du klaust Sachen das ist alles ganz ganz schlimm hier was wir hier machen wir müssen schnell machen und wir sollten sie zulassen wir meisten hier sind eh dafür dass sie gehen dürfen also kürzen wir die ganze Sache ab und wir schließen alle gemeinsam dass sie gehen dürfen irgendwie die mehrheit der leute nickt aber es steht geschrieben dass wir dieses dass wir das zu ende bringen müssen hier aber es ist sinnlos naja wir können es ja schnell zu ende bringen und trotzdem schnell geht nicht siehst du doch an diesem scheiß diskussion hier es ist alles so viel zeitverschwendung was wir hier machen woher kommt eure negative energie es war eine negative energie warum seid ihr so getrübt weil gerade das das durch unser dorf gefegt ist und auf dem weg ist in die salamandersteine und das mal das traum zu vernichten oder keine ahnung was zu tun und hat das da so euch auch schon im herzen erreicht nein aber war nicht davor noch ein friedlicher und ruhiger und ausgeglichener aber ich bin friedlich ich will nur dass es schnell geht und dass wir nicht unseren uns in unnötigen diskussionen verlieren seid ihr jetzt auf meiner seite oder seid ihr dagegen eben wart ihr noch dafür dass wir schnell gehen ich bin dafür habe ich mich wundert dass alle so aufgebracht sind und auf einmal so wütend jetzt sind Leute gestorben das stimmt schayari spricht gerade mit äh valion regenflieder ich denke ich denke wir müssen einen mittelweg finden sonst sind diejenigen die die dagegen sind dass das die helden gehen noch aufgebracht aufgebrachter es geht nur wenn wir das ritual beenden und alle fragen beantworten auch wenn das diskussion nur zeit kostet dann sagt die und riel na gut dann führen wir es halt zu ende taschmeru in den zeugen stand taschmeru tritt dann vor wenn du an mir vorbeikommst kommt meine hand einmal auf deine schulter prägt dich nicht so auf wie ich ja was wollte ich mir wissen wie ist es macht zu besitzen die man nicht teilt auf was bezieht ihr das jetzt besitzt ihr macht nein nein ich glaube von allen euren gefährten besitzt ihr die meiste macht ich besitze wissen ja aber das wissen ist ich teile so gut ich kann ich habe es bisher angesagt an meinen mitgliedern der reisegruppe gesagt was ich weiß und habe es mit ihnen geteilt dass sie alle daran teilhaben auf was bezieht ihr das jetzt habt ihr es mir es gibt natürlich sachen die man nicht mit anderen teilt aber das ist halt ihr teilt ja auch nicht alles mit jedem obwohl ihr seid elfen doch ihr teilt aber es geht nicht um uns es geht um euch und ich und es gibt sachen die müssen die anderen nicht wissen die sind auch nicht gut für sie deswegen behalte ich das für mich sie müssen nicht wissen wie ich meine gebete spreche warum nicht weil sie einfach nicht es ist bei mir wie mit alricio gehe an ein höheres trete an ein höheres wesen mit meiner bitte heran und das schenkt mir für einen moment einen augenblick einen teil seiner macht und das wenn man nicht mit dem wesen in verbindung steht kann man keine macht von dem wesen erbitten für den moment es ist nur für einen moment einen augenblick und dann ist dies auch wieder weg dann bin ich wieder nur ein einfacher mensch was stellt ihr mit dieser macht des höheren wesens an verschiedene dinge zum beispiel verteidige ich mich damit ich setze es im kampf gegen das dasein sonst für nichts aber höheres wesen ist sehr beschränkt indem es euch nur macht gewährt wenn ihr gegen das dasein kämpft es ist auch situationsbedingt wenn ich jemanden heilen möchte geht das auch es ist wie und wer entscheidet ob ihr kämpft oder teilt das ist wie mal retius entscheidet ich wenn jemand geheilt werden muss aha sagt er und es ist aber ne die entscheidung zu bitte und ob die macht gewährt wird liegt beim höheren wesen ich glaube das hatten wir eben auch schon das ist nur eine ausrebe mit diesem bild bitten im endeffekt entscheidet ihr nein ich glaube diese höheren wesen haben gar keine ahnung was ihr mit deren macht macht haben sie wer sie missbraucht wird bestraft ist das so ist so wie kommt es dann dass diese höheren wesen nicht eingreifen wenn eure kirchen sich zerstreiten da bin ich überfragt ich weiß nicht was sie denken die höheren wesen also wenn die einen das gute tun die anderen das schlechte müssten die einen ja die macht des höheren wesens gar nicht nutzen können tun sie aber man versteht die götter verstehen wir menschen so wenig wie wir euch elfen verstehen also von außen betrachtet sieht es ganz klar danach aus als ob diese höheren wesen gar keine idee davon haben was ihr mit ihrer macht macht bestrafung nach fehlverhalten nein das mag vielleicht hier und da mal vorgekommen sein aber im großen und ganzen nein wer bin ich die götter über die götter zu urteilen du sollst nicht über die götter urteilen du sollst nur einsehen dass deine macht nicht von den göttern abhängt in deinem gebrauch du sollst zugeben dass du entscheidest vielleicht im namen deiner götter weil du entscheidest das thema hatten wir schon könnte der gott nicht einfach so eingreifen ohne eine bitte können sie ja aber dann kriegen wir es wozu die bitte um es gezielt zu tun wenn ein also doch wieder die entscheidung von euch ihr entscheidet was das ziel ist es ist wie ja es ist wie wenn ihr mit einem bogen auf einen apfel schießt ihr entscheidet wo der apfel schießt und wann ihr loslasst nicht der bogen der bogen macht den schaden und mir hat die macht den apfel zu zerquetschen mit dem pfeil aber ihr entscheidet wohin ihr den pfeil lenkt aber wenn ein wind kommt was dann die macht das dann liegt das nicht mehr in meiner doch dann liegt uns das recht in eurer macht denn ihr zielt ja ihr könnt den wind mit ein berechnen ich bin nicht gut im bogen schießen ich glaube da gefällt einem gerade die eigene macht sehr sehr gut tja ich glaube ihr versteht mich nicht aber naja das kann jetzt nicht für alles gelten dass wir sie nicht verstehen weil sie menschen sind darf ich vielleicht nochmal das mit dem vertrauen einbringen das gilt übrigens auch für die zerstrittene kirche wenn ein gott seiner kirche das vertrauen schenkt muss er auch damit klarkommen wenn sie vielleicht nicht unbedingt super entscheidungen treffen also entscheiden doch sie und nicht der gott ja es ist ja nicht so als ob wir seelenlose puppen werden oder ja da ist alles gesagt sie entscheiden raleon schüttelt wieder mit dem kopf und tritt so zu fahrir das ist eine farce hier wir haben es doch längst entschieden und jetzt führt er führt die führt dieser komische typ aus relura führt diese diese menschen vor so kann ich vielleicht in der letzten runde jemand anders die befragung leiten einer von uns sollte sie leiten hast du recht dann geht es schneller ja dann geht es schneller und das ist vielleicht nicht so merkwürdig die fragen und ich weiß nicht aber mussten sich elfen auch schon mal diesen test unterziehen also ich weiß nicht ob er da wenn sie rüber wollen schon ah ok war er schon drüben hat er den test schon bestanden ich nein der der gerade gefragt hat nein er war nicht drüben er will auch nicht vielleicht weil er den test selber gar nicht bestehen würde vermutlich denn offensichtlich genießt er ja gerade seine macht die er ausübt er steht allerdings auch nicht vor dem tribunal sondern sie ja stimmt aber die wir sollten entscheiden dass die nächste teil der befragung von von seri durchgeführt wird ja von seri ja tü toll die größte für speichern für die anderen das ist das abstimmen das ist das abstimmen die befragung von einem einem von uns erfolgen der nicht auf ihrer seite ist damit es die tiefgründigkeit besitzt die von nöten ist ich traue das seri zu dass sie da sehr neutral fragen kann immerhin hat sie viel über die gruppe erfahren raleon sagt auch ja ich traue ihr das auch zu und dann die die mehrheit die ihr ja habt in eurer abstimmung also ja dann trauen die das zu chayaris vorschlag ist sehr gut dann haben wir die mehrheit und dann kann seri die befragung leiten in der nächsten runde und seri dreht sich dann um leider habt ihr den test nicht bestanden ihr habt die macht der mehrheit genutzt um die unterlegenen stimmen zu schweigen zu bringen hä das verstehe ich nicht ja ich werde die befragung nicht mehr weiterführen ich lasse lasse den abgesandten aus relura weitersprechen eine farce meint raleon eine farce also das heißt wir haben jetzt gerade nicht bestanden ja müssen wir alles also falsch gehandelt hat also in in dem in dem sinne also es war ja nicht ganz alleine sondern eigentlich haben alle die sich jetzt entschieden haben die minderheit nicht zu wort kommen zu lassen haben sie die minderheit unterdrückt und das war jetzt der test das ist ja dann nicht unser fehler dieser machtmissbrauch schayagel ist teil eurer gruppe ja leider ja kriegen wir bevor wir gehen wenigstens unsere ausrüstung zurück es folgt ja noch ein test also das heißt einmal dürfen wir versagen oder was ihr habt ja schon dreimal dreimal gewonnen einmal verloren bisher also das heißt wir müssen einfach nur in den meisten sachen gewinnen wie raleon schon sagte die mehrheit ist für euch und ihr habt sowieso schon alle das ist eigentlich eine farce hier und trotzdem müssen wir uns mit dem giertest noch stellen ja jetzt zieh durch komm kriegen wir auch noch einen und währenddessen wird das dasein immer tiefer in diesen scheiß äh in den traum rein entspann dich ernsthaft entspann dich du bist grad schwer du siehst das alriccio gerade also ne so entspannt aussieht wie noch nie du hast sie noch nie so entspannt gesehen verstehe ich nicht das ist schon ein bisschen karikatur von entspann hervorragend lumen ist auf jeden fall sehr angespannt also quasi zwei zwei komplette äh gegen pole stehen wahrscheinlich gerade nebeneinander sogar nach drei draus taschmeres auch total also auch so nervös und fassungslos naja pliziert ja also es entbrennt entbrennt wieder eine eine diskussion unter dem den leuten und die abgesandten von relura fordern jetzt tatsächlich im rat weil sie ja unterdrückt wurde und das jetzt herausgekommen ist ähm das ganze abzubrechen die helden nicht einzulassen und stattdessen die gesandten aus relura in die salamandersteine zu finden zu lassen dürfen wir sie dann befragen ob sie den test bestehen dürfen die dann genau die müssen ja dann auch den test machen die können doch auch zusätzlich also jeder der den test besteht darf doch da rein dann sollen die das auch machen den test und dürfen dann da auch rein zu den salamandersteinen was grad gemütet geht um die zeit komponente ja dann gehen wir halt alle gleichzeitig ist doch gut hm je mehr desto besser also wenn ich was was wäre euer lösungsvorschlag also von uns als gruppe wenn wir jetzt gefragt werden mhm ja wir machen den test zu ende und die können sich auch den test unterziehen also die regeln jetzt zu brechen nachdem die sie bei uns so knallhart durchgezogen haben finde ich ein bisschen merkwürdig ja also entweder man hat regeln oder man hat sie nicht genau ansonsten ist das machtmissbrauch würde ich mal behaupten und wenn die auch wollen dann sollen sie sich auch dem test stellen und dann dürfen die da genauso mit rein und dann gehen wir halt alle also es ist ja auch wir beugen uns den regeln dann haben das die gesandten aus relura auch zu tun ja oder es mhm ich würde nur gerne mal irgendwann los ich fände das auch gut vielleicht kümmern wir uns erstmal um unsere truppe und wenn die entscheidung gefallen ist dann kann man ja mit den gesandten ja und vielleicht helfen also vielleicht können wir ja zusammen auch noch viel besser handeln und können dafür ja zusammen der ja gefahr ab werden also es ist ja nicht schlecht wenn wir noch mehr sind ja durchaus aber wollen wir noch mehr Zeit verlieren können wir jetzt nicht einfach zur gier springen das ist ja nicht unsere entscheidung das müssen ja die entscheiden die 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 tests durchführen und die die sieben oberhäupter sind würde ich sagen also wir sind ja so ja dann schare tritt den mal in den allerwertesten damit es vorangeht sollte ich jetzt vielleicht nicht mehr tun also fianna fianna mondlicht ähm tritt dann nach vorne und meint das ganze ist sehr kompliziert das wir hier jetzt alle machen und ich verstehe die aufgebrachtheit ich mache einen vorschlag damit das alles schnell zu ende gehen kann wir kürzen ab für die gesandten aus relura ebenfalls und für die menschen die den zugang erbitten haben wir verbinden uns und schauen wie wie zu handeln ist was meint ihr mit verbinden meint die meinen die regularer nun ich werde meine fähigkeiten nutzen um das traumlied der mondlichtsippe zu singen diese menschen und alle im rat werden einbezogen sein wir werden es feststellen wie alle sich im traum verhalten niemand kann sich verstellen im traum und alle sind ehrlich und alles politische machtspielreihen und verlogenheiten vielleicht hier und da die ihr den menschen zum beispiel vorwerfen wollt treten nicht mehr zu tage als ob sich die menschen darauf einlassen dass sie im traum überwacht werden die serie hat das schon einmal getan darauf sind wir doch gewohnt silberha meint dann irgendwie zu zu lumin es wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie im vermächnis der völker so ähnlich funktioniert es dort auch mhm sie wird auf magische weise eine verständigungsebene selbst vorführen ok das heißt man kriegt automatisch alles das mit was der andere denkt fühlt mhm deswegen ist auch die prüfung bei den elfen viel schneller als bei euch menschen warum haben sie es nicht gleich so gemacht weil wir uns nicht mit ihnen verbinden können aber anscheinend ja doch wenn sie es sehen kann sie hatten sie Angst das zu tun diesen schritt zu gehen es läuft alles über über die über das traumliegen der mondlichtsippe das heißt die mondlichtsippe muss ihr lied mit euch teilen das ist eine bürde behaltet euch bleibt einfach bei dem was was wir gut machen was machen wir denn schlecht nichts ich glaube nichts wir werden sehen also alles stimmt zu vielleicht noch einmal von der aufgabe zurücktreten magister silberha wieso hörte sich gerade nur so an nein ich ja also nein 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 ich bin mir sicher dass wir diese diese Traumsache bestehen aber ich kann durchaus verstehen dass die Elfen da skeptisch sind das nicht sofort irgendwie machen zu wollen jetzt wenigstens einer von uns vielleicht vielleicht sollten wir ein bisschen demütig sein was das angeht wir machen eh schon viel kaputt glaube ich das ist eine ich weiß nicht man sollte es Ehre bezeichnen in so ein Lied eingelassen zu werden ja genau das ist nicht hm Kashmirro setzt sich dann hin gut die sind bereit alle alle setzen sich in einen Kreis der Mond scheint jetzt wieder hell und die Wolken haben sich verzogen alle werden von dem Mondlicht durchflutet als Fianna den das Lied an stimmt und sie hat gar nicht mal die erste Strophe zu Ende gesungen schon übermannt euch der Schlaf schließt die Augen und wiegt euch in der Melodie hin und her und als ihr die Augen wieder öffnet seit ihr wieder in jener Traumwelt die ihr schon einmal durchwandert habt nämlich im Vermächtnis der Völker diese Traumwelt die man nicht wirklich hassen kann die euch zeigt was ihr gerne sehen möchtet ihr durchwandert halt einen Traum genau den gleichen Traum den ihr in Gerasim schon einmal überlebt habt und gemeinsam durchschritten seid und für Kashmirro ist es das erste Mal dass ihr das seht und Kashmirro entdeckt dann in den Gesichtern der anderen tatsächlich dieses erkennende Gefühl und auch hier dann dieses er fährt zum ersten Mal dieses gemeinschaftliche Stehen dieses du schaust Chayariel an und weist auf einmal wie sie denkt du schaust die Gesandten von Rio Loara an und versteht ganz und gar ihre Beweggründe sie haben natürlich Skepsis gegenüber den Menschen sie wollen unter allen Umständen verhindern dass jeder in die Salamandasteine gelangt Menschen sollen nicht die Probleme der Elfen lösen sie können das gar nicht dafür sind sie zu minderwertig aber das klingt jetzt alles so hart und egoistisch aber ja versteht es und ihr steht es zu 100% also als ob ihr die gleichen Meinungen sein könntet ist ein hundertprozentige Verständnis da eine Einsicht die man sonst nie erlangt als ob eure eigene Sachen nicht ganz in den Hintergrund treten aber für diesen einen erkennenden Augenblick sich verziehen eine völliges durch weben und erfassen des anderen was man sonst nur aus dem Salasandra der Elfen gemeinsam kennt und es spielt sich genau die gleiche Szene ab wie sie damals sich in Gerasim schon abgestielt hat inklusive den Rissen im Traum und den Wegstationen die sich wieder auftun den Wegmarken die euch gezeigt werden dem Lied das um Hilfe ruft und dem Schatten der euch angreift und zwar jetzt die ganze Gruppe inklusive der des Elfischen Rates die diesen Schatten zum ersten Mal sehen dann würde ich mir direkt ich habe ja schon gemerkt das erste Mal dass man sich Dinge wünschen kann dass Dinge passieren würde ich mir ein Schwert ein Schild und eine Rüstung aus purem Licht wünschen würden und ich würde einfach mit der ganzen Frustration die jetzt das sich so während dieser ganzen Geschichte aufgeladen hat würde ich auf diese Spinne zulaufen und mit sämtlichen Licht bekämpfen wollen dass ich gerade aufwarten kann ihr durchlebt den ganzen Kampf noch einmal für Tashmeru ist es das erste Mal dass sie den Kampf gegen dieses Schattenwesen führt und ohne den Kampf jetzt noch einmal zu beschreiben und noch einmal durchfechten zu müssen er wird sich im Endeffekt wird er sich genauso abspielen wie er das schon mal getan hat inklusive aller Vor- und Nachteile und ihr besiegt diese Schattenspinnen natürlich genauso wie ihr sie beim ersten Mal auch schon besiegt habt nur vielleicht diesmal mit einer gewissen Zielstrebigkeit besser und mit der Hilfe von Tashmeru natürlich effektiver und des Rates der natürlich auch noch mit eingreifen kann für euch ist es das zweite Mal dass ihr diesen Kampf hechtet für die Elfen das erste Mal und vor allen Dingen ist es für die Elfen und das erkennt ihr jetzt in diesem in diesem Zusammenhang und in diesem in dieser Umgebung völlig dass sich selbst bei den Gesandten von Riolara eine eine Erkenntnis durchringt nämlich dass ihr das Licht gegen den Schatten verteidigt egal wie schlecht es steht und egal wie der Kampf auf Messers Schneide steht und als diese Erkenntnis sich bahnbricht bei allen Beteiligten seht ihr hoch zu dem Berg der zu der Traum zu der Traum Szenerie gehört und seht auf der Spitze des Berges eine Lichtgestalt die fast so viel Licht abstrahlt wie die Sonne selbst und eure Augen nehmen eine weibliche Kontur wahr und das Licht umgibt diese Kontur wie einen Strahlenkranz und vertreibt jeglichen noch Überbleibsel des Schattens den ihr gerade bekämpft habt ihr werdet beleuchtet nicht von der Sonne sondern von diesem Wesen und ihr erkennt die restlichen Wegmarken bis zu dem Baum der Schöpfung an dem diese Lichtgestalt nun steht nachdem sie vom Himmel gefallen ist und in dem Moment wachen alle auf das Lied des Träumes ist vorbei und Fianna Mondlicht bricht zusammen vor Erschöpfung wenn ich sie zusammenbrechen sehe wäre so der erste Impuls so ein bisschen nach vorne zu rücken aber ich gehe davon aus dass andere Leute eher bei ihr sind Blut rinnt aus ihrer Nase und aus ihren Ohren und ihre Atmung geht schwer als die ersten Heiler der Elfen schon zu ihr hin stürzen und sie aus dem Kreis heraus ziehen was ist mit dir? und das äh das Lied mit euch zu teilen ist eine Risiko meint Seri wir wollen euch noch mehr Leid über euer Volk bringen dürfen wir gehen? das haben alle begriffen glaube ich das freut mich es war Fiannas Vorschlag Fiannas Risiko sie wusste dass das passieren könnte Silberha meint dann so zu Lumin siehst du deswegen haben sie es nicht gleich gemacht verstehe ich hätte ich das vorher gewusst hätte ich verneint ich hoffe es war nicht umsonst der Gesandte von Riolara geht dann zu zu euch hier und verbeugt sich für euch und meint entschuldige mich für meine Worte wie er mit Aschmero mehrfach gesagt hat wir verstehen einander halt nicht unbedingt jetzt schon würde ich sagen nach diesem Traum es gab Dinge die mussten ausgesprochen werden danke für eure Entschuldigung und wir entschuldigen uns auch für unser Verhalten ja eure Entschuldigung ist angenommen entschuldige mich für meine Ungeduld ihr werdet es nicht einfach haben in den Salamandastein das hat niemand behauptet das erwarten wir auch dann erwarte ich auch nicht euren Tatendrang weiß ich zu schätzen eine Frage noch konnte es selbst im Vermächtnis der völkerartigen Traum der Mondlichtsippe nicht ganz begründen warum hilft ihr uns überhaupt ihr müsstet das nicht tun es geht im Grunde uns alle an wer weiß ob er vor der wenn er mit der Elfenwelt fertig ist mit der Menschenwelt nicht weitermacht seine Gestalten greifen auch die Menschen an es geht uns alle etwas an ich will hauptsächlich meine Familie beschützen und eine seiner Kreaturen war direkt bei mir zu Hause und ich möchte nicht dass dieses Leid jemand anderem zugesteht liegt liegt so zu Erichio Vertrauen 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 ich bin der Meinung das höhere Wesen von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe hat mich auf die Fährte gesetzt ich verstehe und Shaiyariel warum nimmst du diese Rosenohren mit das ist eine gute Frage ich glaube dass wir nur ach ich weiß ich wage es nicht auszusprechen das ist irgendwie gegen alles was ich eigentlich vertrete aber ich glaube es klappt nur wenn wir uns miteinander verbünden und wir Elfen alleine werden das Dasein nicht vertreiben können und vielleicht geht das nur mit der Hilfe von Menschen und Heilelfen dass wir das schaffen weil wir Elfen vielleicht nicht die Möglichkeit alleine haben und sonst überwältigt werden Siri meint dann lasst uns schnell aufbrechen wir haben ihr schon zu viel Zeit verloren Kastellani reibt sich so die Hände und knackt dann so ein paar Mal mit den Knochen und meint dann jawohl wo ist mein Stab kommt Siri mit kommst du mit zu den Salamandersteinen schaut so in die Runde ja irgendjemand Vernünftiges muss euch ja begleiten vielen Dank für dein Vertrauen Juhu ich freue mich und Adepta guckt wahrscheinlich betreten zum Boden die grinst über beide Backen und du hast auch das Gefühl dass der Blick von Siri achte als sie so in die Runde geschaut hat ganz länger ein bisschen länger an Adepta Tassias heften geblieben oh hehehe hey lost story ja man führt euch über den Weg den Lumin schon kennt gibt euch natürlich eure Ausrüstung wieder zurück zu dem großen Tor was Lumin als Dickicht halt wahrgenommen hat mhm das ist zwar in der Tat das Tor zu den Salamandersteinen ja natürlich an den Blick von Siri und Adepta Tassia das ist gerade der Blick zwischen Lumin und seinem Schwert hehehehe ich will es gar nicht wissen und äh hier sind die Pflanzen wirklich wie aus der aus der aus dem Boden gesprengt also ein dicker Krater ist im Boden Pflanzen halb verdorrt oder verkohlt äh und äh Lumin hat das als einziges ja in der völligen Pracht gesehen das Tor alle anderen sehen jetzt halt eine totale Verwüstung zwischen diesen beiden Riesenbäumen die da den Weg entlang fahren und wenn man natürlich jetzt auch auch jetzt im Mondlicht nach vorne schaut sieht man halt auch jetzt die ähm Bergzüge des der Salamandersteine auftauchen äh das sah eben noch anders aus murmel ich nur vor mich hin lass mich raten intakter absolut äh riesen Dornenhecke und Düsselhecke ähm bis da oben beeindruckend das war's ja erschreckend eigentlich das was jetzt hier passiert ist gut wir haben schon genug Zeit verloren und Lumin stapft vor nachdem er nochmal einmal tief Atem holt mhm mhm Taschmero zögert kurz guck mal hört sie in etwas Moment so verzeih mir Mabu ich kann hier keine Dienstleist nicht Wichtigeres zu tun ich denke das weißt du dann überschreitet auch Taschmero die Schwelle äh ich äh schaue kurz Siri an nicke hier zu und laufe dann voran um als erstes zu gehen ich mach dem äh voranstürmenden Luminos und äh und geh dann hinterher Uwara hält euch noch ein letztes Mal auf schaut euch allen noch einmal eindringlich in die Augen und meint dann ihr macht euch nun auf in die Salamandersteine ich glaube ihr solltet euch bewusst sein dass das eine große Ehre ist ich warne euch noch ein leider letztes Mal wenn ihr euch dort Simbadok hingebt hat das mehr Auswirkungen als auf euch selbst versucht es zu vermeiden vor allem vermeidet die Gier nach Gold, nach Macht, nach Wissen, nach Forscherdrang schaut dabei die Mage besonders an versucht euch darüber hinweg zu setzen achtet das Gleichgewicht von nur da und Zerza das ist mein letzter Wunsch an euch ich verspreche euch alles zu tun was in meiner Macht steht vielleicht falsche Wortwahl, Entschuldigung wir tun unser Bestes Adapter Tasia grinst und meint vielleicht kommen wir mehr als Elfen zurück als als Menschen hihi das ja wir tun unser Bestes ja ich kann mich Shaiyarali nur anschließen ich ich mag euren Gefährten euren Geflügelten das ist ein schönes Tier dann zieht ihr los durch den Wald auf die Salamandersteine zu kommt schnell in ein etwas hügeligeres Gebiet und dann merkt ihr schon dass die Nacht aber dann wirklich an euch zehrt ja es ist ja Nacht die Glieder müde werden und ihr beginnt auch die Erschöpfung zu spüren des Tages und als dann die ersten Ausläufer des Gebirges wirklich vor euch sind und ihr dann vor einer zu erkletternden Wand steht schaut sich der ein oder andere vielleicht doppelt um und vor allen Dingen Professor Silberhaar beginnt sich lautstark zu äußern dass das müssen wir jetzt hoch also jetzt noch vielleicht sollten wir also ich weiß wir sind in Zeitdruck aber in der Dunkelheit da jetzt diese Wand hoch in meinem Zustand also ich bin ich bin schon ich ich achte es auch nicht als sinnvoll dass wir da jetzt hoch gehen ich meine die Gefahr zu stürzen ist viel zu groß wie hoch ist das ungefähr ja jetzt diese eine Wand vor der ihr da jetzt steht ist halt weniger eine richtige Kletterwand als eher so ein ja so ein Hügel den man halt hinauf klettern müsste also ihr müsst schon richtig klettern aber es ist halt auch nicht nicht so schwer jetzt es ist herausfordernd aber jetzt nicht wie hoch ja so sechs sieben Schritt erstmal ok gut ich habe ein Seil dabei ich würde sagen ich kletter vor und wir machen alle Sachen Rucksäcke und sowas und dann ziehen wir eins nach dem anderen hoch und bei Bedarf auch die ein oder andere Person weiter hoch Lumin was soll da oben denn passieren hm was soll denn dann passieren wenn wir diesen Hügel drauf geklettert sind naja dann sind wir noch müder und können besser schlafen genau lass uns doch einfach jetzt schlafen dann müssen wir da oben einen neuen Platz suchen also hier unten im Schutz der Wand also hier ist eigentlich ein guter Platz oder nicht außerdem ist unser Feind jemand dem ich nicht unausgeschlafen entgegentreten möchte glaubt ihr dort oben ist schon direkt unser Ziel nein aber wenn nicht geht es weiter und wo ist das Ziel das ist doch wohl dann wenn wir denjenigen den wir verfolgen eingeholt haben ok ihr wollt nicht stimmen wir ab oder die Mehrheit will nicht guckst du in die Magierrunde wir sollten einfach schauen wo wir einer möglichst sicher die Nacht verbringen können und ich denke es spricht viel dafür hier zu bleiben bei einer steilen Bergwand wenn uns wirklich die Kräfte verlassen sind wir nicht sicherer ich weiß wie es da oben drauf aussieht hier unten wissen wir wo wir sind wir haben diesen Felswand im Rücken und den Weg vor uns ein bisschen Platz dann links und rechts aber oben wir wissen nicht wie es oben aussieht es kann ein schmaler Grat sein Lumin fängt an seine sein Captain Hemd auszuziehen und sich so Dinge zu entledigen dass er halbwegs fröhlich frei ist sind nur 6-7 Schritte hast du gesagt ja dann würde ich sagen ok dann baut ihr schon mal das Lager auf ich will nur mal gucken was dort oben vor sich geht hat quasi nur das Schwert an der Seite und die Laterne wahrscheinlich damit du Licht hast würde er sich irgendwie an den Gürtel hängen oder so wenn möglich ja das macht er aber nicht alleine also wenn dann gehe ich mit ihr fangt an das Lager zu machen wenn er nicht davon zu überzeugen ist diese Wand sein zu lassen dann lasse ich ihn jetzt aber auch nicht alleine da hochklettern nachher ich will nur mal drüber schauen und schauen was da oben ist ja trotzdem lasse ich dich das nicht alleine machen du bist stets willkommen gut dann bauen wir andermal das Lager auf wir sind ja sofort wieder da das ist ja nicht sehr hoch sofort vielleicht früher als uns lieb ist so schnell wie Lumin klettern kann halt seid vorsichtig gegebenenfalls fallen das werden wir noch sehen ja euer Aufstieg gelingt euch ziemlich gut trotz der Dunkelheit und trotz der widrigen Umstände und der Erschöpfung und als ihr oben ankommt seht ihr halt im Licht des Mondes wer auf euch herab scheint die Ausläufer eines Berges den ihr schon kennt aus dem Hilferuf nämlich dieser Berg der wie eine Krähe geformt ist die Heimat der Krähenrufer Sippe und ein Pass führt dorthin und ihr seht schon da geht's steil bergauf das ist ein ziemlich harter Weg der ich da am nächsten Tag einfach bevorsteht guck mal für den Weg brauchen wir die Nachtruhe absolut aber da hinten ist halt auch ein Aufgang wo wir hätten rasten können ist okay ich guck mich hier um gibt's irgendwas wo wo ich ein Seil festmachen könnte ja du musst ein bisschen improvisieren aber kann man das auf jeden Fall dann würde ich nur schon mal das Seil befestigen damit wir morgen gegebenenfalls direkt loslegen können sehr klug sehr klug okay dann nächtigt ihr und es wird in der Nacht nichts Großartiges passieren aber am nächsten Morgen fühlt ihr alle als ihr aufwacht euch sehr gut erholt und habt alle so ein Kribbeln auf der Haut als ihr irgendwie aufwacht und Shaiariel hat das noch extra das Gefühl dass sie vor Kraft strotzt also nicht nur vor körperlicher Kraft sondern auch der die magischen Fähigkeiten sind bis zum Bersten gefüllt in den magischen Kapazitäten das scheint ein besonderer Ort gewesen zu sein ich habe mich schon lange nicht mehr so erholt geführt und voller ja Energie ich wollte gerade sagen ich habe überraschend gut geschlafen ja ihr durchquert den Bergpass dann am nächsten Tag und läuft vorbei im Gebiet der Krähenhofsippe tiefer in die Salamandersteine hinein und während ihr noch die letzten Ausläufer des Bergpasses passiert und kommt es zu einigen eigenartigen Dingen die euch wieder fahren wer läuft denn vor und wer läuft zurück oder in welcher Reihenfolge lauft ihr lasst ihr die Magier zurück oder spannt ihr die quasi ein in so eine Zange oder die läuft wieder vor und glaube ich dass ich mit Siri abgesprochen habe dass sie vielleicht diesmals naja wobei ne Siri und ich laufen vor und vielleicht die Kämpfer hinten und in der Mitte die Magier ja ich ich habe mich ja eh bisher immer hinten gehalten ja Snorri und Lumi laufen eher hinten und Taschmeru in der Mitte und die Magier auch mhm ok dann äh merkt Taschmeru erst ein folgendes du hast irgendwie das Gefühl also du hast irgendwann das Gefühl dass dein dein deinem dein 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 deine innere Uhr irgendwie aussetzt so oder so Sprünge macht so du hast das Gefühl die Sonne springt so von einer einer Position am Himmel auf die nächste und du hast das Gefühl du gehst die ganze Zeit auf die und du kletterst und machst und tust und äh hast irgendwie das Gefühl dass du immer wieder dasselbe machst also immer dass das nicht das zehnte Mal schon dass du diesen Stein überquert hast und überklettert hast aber du weißt schon hier muss ich die Hand hin tun dann kann ich mich da hochziehen und es ist immer der gleiche Aufstieg und immer der der gleiche Pass und immer der gleiche Abstieg danach wieder und dann hast du wieder das Gefühl das steht alles gänzlich still und irgendwie bewegt ihr euch gar nicht obwohl ihr die ganze Zeit lauft dann bleibt Taschmeru aus plötzlich stehen sag mal warte warte einen Moment Shaiariel Shaiariel bleib stehen warte mal also wenn ich sie höre dann würde ich stehen bleiben und das noch wahrnehme was ist los Taschmeru ist das kommt es euch hier nicht seltsam vor dieser Stein dort mit dem Moos drauf da sind wir mindestens 10 wenn nicht gar 15 Mal schon dran vorbeigelaufen komm ich auch auf die Idee oder ne du hast das bis jetzt überhaupt nicht wahrgenommen keine Ahnung für dich ist allerdings was ganz anderes irgendwie gerade passiert für dich haben dich haben sich diese Entfernungen die ihr gerade äh hinter euch gebracht habt schon ihr seid schon einige Zeit jetzt gegangen dass das scheint sich alles so wie so ein Kaugummi zu ziehen und du hast so das Gefühl so du gehst die ganze Zeit über diesen Bergpass oder diese diese kleine Klippe entlang und du siehst halt wo du hin musst da hinten an diesem Baum da geht der Weg halt links nach links ab und dann da ist halt die die aber du läufst und läufst und läufst und du erreichst diese diese Biegung des Weges irgendwie nie die ist immer am Horizont und du siehst sie du sagst noch 10 Schritt dann bin ich da aber es kommt irgendwie nie obwohl du die ganze Zeit nach vorne läufst die Sonne und wenn die Sonne die Sonne die steht die ganze Zeit an derselben Stelle obwohl du die ganze Zeit Richtung Osten läufst jetzt wo du sagst irgendwie wir laufen auch die ganze Zeit auf diese scheiß Ecke dazu ähm aber irgendwie kommt sie ja nicht und Herr Schmero meinte ja die Ecke da die haben wir schon 10 Mal passiert 10 Mal ich bin mir sicher dass ihr diese Ecke noch gar nicht erreicht habt ich wollte schon sagen hätten wir sie einmal erreicht das kommt das ist nein da sind wir x mal dran vorbei weil der vom Stein du siehst doch das ist nicht mehr das sind vielleicht noch 20 Schritt bis zur Ecke ja aber ich versuche irgendwie einen Reim draus zu machen aus dem Gespräch für dich und habe ich auch irgendwas wahrgenommen ja für dich ist es noch viel eigenartiger für dich es sind noch eigenartig ja es sind bestimmte Übergänge führen nicht zu den Ortsänderungen die du erwartest denn der der Pass auf dem da ihr diese Ecke da mit dieser gewaltigen Wurzel die da auf die Lumin zeigt da seid ihr tatsächlich schon mal dran vorbeigelaufen hast du irgendwie das Gefühl aber du weißt auch als das letzte Mal da lang gegangen bist da war die Landschaft dahinter also jetzt ist sie karg und irgendwie voller voller rauer Felsen wenn du um die Ecke biegst bist du auf einmal auf einer Hochebene voller Blumen schlagartig okay und dann wieder auf einer auf einer Wiese mit Knüppelkiefern und Mosen und wenn ihr das nächste Mal um die Ecke biegt seid ihr auf einmal im Winter obwohl eigentlich Sommer ist und die Jahreszeiten wechseln halt ständig so hin und her ich würde sagen wir machen mal eine kurze Runde wer wer was wahrnimmt um unsere jeweiligen Wirklichkeiten abzugleichen ja also dann musst du auch feststellen für Airitios ist das gerade tiefster Winter der hat auch richtig sich so eingemümmelt während du gerade der 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 Meinung bist es ist so der höchste Sommer und es ist eigentlich die Sonne ist sowas von warmungslos heiß gerade eigentlich müsste man legliche Klamotte abstreifen und Airitios hat sich dann noch extra lage Decken ein umgewickelt wir scheinen irgendwie den Träumen näher zu kommen jedenfalls scheint die Wirklichkeit sich ja ein bisschen zu verändern wie als wäre es schon ein Traum was zum Geier ist dieses weiße Zeug Gänseblümchen ganz eindeutig Gänseblümchen was für ein Zeug das sind auch kalte Zeug da sind nur Felsen da sind nur Felsen weiches kaltes Zeug ein Tippich du meinst diese Steine die so heiß sind und glühen kalt kalt Airitios ist nicht kalt willst du was von meinen Sachen haben ist furchtbar warm ich habe noch ganz viel Sachen übrig die dürfen dir nicht passen aber das ist doch alles Unfug ich guck zu unseren Magiern sag mal hier scheint ja irgendeine Art die sind genauso verwirrt wie hier können wir nicht oder haben sie nicht gesagt das ist hier ein Traum in den wir reingehen vielleicht wenn wir ein bisschen tiefer steigen ganz ganz stark ich guck in meine Hand und würde ein also so wie in dem Traum wo ich auch einfach hätte mir irgendwas wünschen können und es passiert dann ja würde ich jetzt einfach gucken und würde einen Kompass in meiner Hand haben wollen passiert da was ne scheint nicht so ein Traum zu sein wie sonst und starr einfach nur blöd auf meine Hand vielleicht können wir uns wünschen ans Ziel zu kommen vielleicht hilft das zumindestens erst mal sollte Arid schon darauf klarkommen dass hier kein Winter herrscht und du dass hier kein Hochsommer ist aber ich habe Hochsommer hast du nicht es ist dir einfach angenehmes es ist eindeutig Herbst Tashmero Tashmero ist nicht Winter es ist absolut eiskalt bin ich dann im Frühling oder was und es ist auch nicht einfach Sommer es ist richtig heiß wie in der Wüste oder so ich nehme meine Jacke und leg sie um Aridio Mero geht zu Aridio legt ihm die Hände auf die Schulter du gehst halt zu Aridio rüber so da steht ja nur zwei Schritte von dir weg du machst zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schritte und da reißt irgendwie Aridio nie komm mal ran hä? ich komm nicht zu dir ja du solltest dich auch vielleicht mal bewegen dann kommst du vielleicht auch zu ihm also, Moment, damit ich das richtig verstehe du willst du also ihr seht auch ständig, dass sie läuft die läuft auch, aber sie kommt halt nicht an jetzt sollten wir versuchen abzusteigen vielleicht ist es dann nicht mehr so traumig aber wir müssen ja irgendwie weiter wir wollen ja vorankommen diri, du bist doch tiefer in diesem in dieser Gegend hier drin hast du eine Idee, was das sein könnte? das ist der Traum das ist ganz normal hier ok, und wann kommen wir dann an, wo wir ankommen wollen? gibt es da irgendwie eine bestimmte Regel an, die wir uns halten müssen? im Traum gibt es keine Regeln aber warum ist das so kalt? lasst uns lasst uns doch einfach was nach dem Siri bückt sich so vor vor Erichio in den Boden und formt aus dem Schnee so ein Schneeball und schmeißt den auf Erichio und als der Schneeball auf dich drauf trifft also spürst du halt den Aufprall machst dann so die Augen noch irgendwie und versuchst sie so zu schützen oder so du spürst dann so den Aufprall auf der Jacke und als dann die Augen wieder aufmachst ist da kein Schneeball zerplatzt sondern irgendwie so ein Blumenstrauß gerade auf dem Boden gefallen und ist auf einmal wieder Frühling das war witzig was ist denn jetzt los? keine Ahnung ok, vielleicht sollten wir uns diese Traummacht zunutze machen so wie Siri haben wir andere das denn überhaupt gesehen? ja die haben halt also entweder habt ihr gesehen, dass er mit Blumen beschmissen wurde oder mit einem Felsen oder mit Schnee das ist halt für jeden anders was zum Haker machst du da mit Allreden? bang! was? was ist der nächste Wegpunkt nach dem Rabenfelsen? wir müssen ja erstmal auf den Rabenfelsen der ist doch dran vorbei gelaufen der ist dran vorbei, der ist da hinter uns ah unendlich weit weg inzwischen auch so weit weg also das ist bestimmt jetzt 5-Tages-Reisen oder so in der Ferne am Horizont seht ihr den irgendwo aber ihr seid da gerade erst dran vorbei gelaufen was? mir geht es euch darum, was war der nächste Wegpunkt? lass uns einfach auf den nach dem auelfischen Dorf war direkt der Krenberg und zum Krenberg kommen wir jetzt momentan nicht ja der ist ja hinter uns der war schon dran vorbei achso, dann äh irgendein Steinkreis ja der Steinkreis, stimmt hast du dir aber gut gemerkt, Lumin ich hab ein kleines Büchlein in der Hand sehr schlau es hat auch Ewigkeiten gedauert bis du das Büchlein aus dem Rucksack ziehen konntest weil du irgendwie du hast die Schlaufe des Rucksacks aufgezogen und dann werde ich mindestens ein oder zwei Mal dabei geflucht haben verdammte Axt du hast bestimmt 50 Meter Seil an der Seilkordel an deinem Rucksack gehabt und die du aufziehen musstest bis dieser Schlaufe aufgegangen ist ist doch einer ist doch ein alt Traum okay das heißt aber immerhin wir können irgendwie an unser Ziel kommen vielleicht bloß nicht auf geraden Weg und wir können das bekommen was wir brauchen bloß nicht immer so vor Ort ja einfach an den Steinkreis denken weitergehen ja das oder in Form das Ziel vor Augen weil ich einfach okay irgendwann haben wir das Ziel sondern das ist unser Ziel vielleicht sollten wir uns gegenseitig mit Seien festbinden dass nicht irgendjemand verloren geht im Traum also aneinander in Seien festbinden so als wären wir so an der Klettergruppe sind wir ja auch das ist doch eine gute Idee ich glaube wir lassen die Helden jetzt einfach mal ein bisschen alleine in diesem Traum herum wandern zwei Wochen lang und schauen dann in zwei Wochen mal also vielleicht für die einen sind es zwei Wochen die dann vergehen für die anderen vielleicht mal ein paar Sekunden je nachdem ob ihr später die ganze Nacht nachguckt oder nicht naja man weiß nie so richtig wie die Realität aussieht in einer Mixtur aus Realität und Traum vielen Dank fürs Mitspielen vielen Dank fürs Leiten Dankeschön trotz Krankheit ja was ein Chaos ja auch so ein Dramaritt heute wie schön sie uns die Worte im Mund herum gedreht haben sind wir denn schon aufgewacht in diesem Traum oder schlafen wir eigentlich noch am Fuß dieser Felswand ja wer weiß wer weiß ja cool dass ihr mitgemacht habt ja danke an euch da draußen dass ihr mitgeguckt habt wenn ihr das später schaut auf YouTube oder so hinterlasst uns doch einen Kommentar oder so dass wir irgendwie ganz wett oder zwei oder drei ich habe jetzt übrigens auch wieder die die Podcastsachen alle aktualisiert das heißt ihr könnt alle die letzten Folgen alle als Podcast auch hören sehr gut es sei denn ihr hört den Podcast über Spotify denn aus irgendeinem komischen Grunde möchte Spotify unsere elfte Folge nicht hochladen die klasse elfte Folge ausgerechnet die elfte Folge ausgerechnet die beste ja bisher die geilste Folge es ist die Folge elf man elf ja also ich weiß auch nicht warum oh mein Gott also falls sich da jemand irgendwie auskennt mit Podcasts die die zum Spotify kommen oder so vielleicht kontaktiert ihr mich mal oder so dann können wir ja mal gemeinsam versuchen zu ergründen warum das so ist aber weder ein Reupload noch irgendwie äh sonst irgendwie was hat das was daran erinnert vielleicht ist da auch irgendwie irgendwas drin was Spotify nicht auf ihrer Plattform haben will keine Ahnung irgendwie zufax bekehrte Drachen sind immer scheiße für Spotify oder so also nochmal durchhören und gucken ob irgendein Fluch dabei wer auf der Blacklist steht keine Ahnung also alle also alle anderen Podcatcher oder so oder äh Podcast Plattformen also iTunes und Amazon Music und so die haben das alle nur Spotify hat es nicht auf zehn Folgen begrenzt nee nee danach die Folgen sind ja also es ist nur die elfte Folge die zwölfte und dreizehnte sind ja auch wieder da bei der dreizehnten Folge würde Tangle das ja verstehen aber die dreizehnte Folge ist ja gerade erst hier diese hier glaube ich vielleicht nicht elf sondern elf und Spotify mal keine Umlaute nee nee oh man also es ist wirklich sehr eigenartig ja aber es wäre ja zu schön wenn irgendwie eine Fehlermeldung oder sowas kommen würde ja kommt es leider nicht aber das ist ja aber wie gesagt wenn ihr die irgendwie dann hören wollt dann könnt ihr die ja auch über andere vielleicht einfach den RSS Feed generell für euren Podcatcher nehmen oder so dann kriegt ihr das ganze auch ja wir waren alles da der Gefatter war da der Tengil war da der äh Baal oder oder Bafial oder keine Ahnung einfach nur Baal Baal einfach nur Baal einfach nur Baal ist auch schön das ist der nächste der nächste Nickname sind sollte sich einfach nur Baal ja sorry Baal ja also in dieser Runde wo so viel Valinoe genau der ähm Valinoe Valinoe hat auch gesuppt hier ne glaube ich resuppt zum siebten Mal hintereinander danke 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 Lord Glotz war auch da hallo schönen guten Abend Lord Glotz finde ich einen viel besseren Namen als Koali Lord Glotz in meinem nächsten Leben ist das meiner der Name alle Namen sind bei deinem Lord besser genau soll ich den nächsten Lord Koali ja ja schön dass ihr alle da dabei seid und hallo gesagt hat im Chat das finde ich sehr sehr schön ähm ja danke danke ja und äh wir sehen uns hoffentlich alle gesund und munter und auch wieder in der Vollzähligkeit aller äh wieder beim nächsten Mal und äh ihr könnt jetzt mal ein bisschen Werbung machen für den Pölle zum Beispiel da ist leider letztes Mal was ausgefallen aber äh vielleicht erzählst du mal was denn da gekommen wäre so ein bisschen kleiner Spoiler-Hint oder so also uns äh erstmal uns plagen im Moment tatsächlich die Krankheitsgeister voll der Niederschlag in der Gruppe es hätte einfach keinen Sinn gemacht da weiter zu spielen wir befinden uns gerade äh in Finsterkamm mit den sieben mit einem Teil der sieben gezeichneten zwei Zeichen haben wir schon ähm und äh untersuchen gerade mittlerweile Mordfälle es eskaliert gerade ein bisschen eigentlich sollten wir nur ein äh den Wiederaufbau äh eines Pryos-Klosters ähm bewachen und unterstützen weil dort der sich immer noch Orks in der Gegend rumtreiben langsam eskaliert es aber langsam aber stetig äh und auch die weiteren etwas äh magisch anmutenden merkwürdigen zusammenhänge sickern auch langsam in die Aufmerksamkeitsspanne der Helden ein mal gucken was das wird nix Gutes in der Regel aber das ist bisher in meinen Abenteuern noch nie gewesen was Gutes passiert ja irgendwas muss es ja sein so mit äh mit den sieben gezeichneten ne ja vielleicht gewollt hm wer weiß wer weiß das sollte sowas gefollt sein eimtückisch geplant eimtückisch geplant ich sag immer es ist alles möglich wenn den fünfen dir die super Lösung einfällt äh den Antagonisten jetzt um die Ecke zu bringen sparen wir uns die restlichen acht Abenteuer einfach ja sofern sie einen Antagonisten fangen Stadtpoetin was gibt's denn weihnachtliches so bei der Nerdchurch Tatsächlich gibt's heute ein Blogartikel von mir zum Thema ob Bücher-Nerds nerdig sind das ist vielleicht gar nicht die spannende Frage weil es ist nicht so richtig nerdig aber es gibt Buchkauf-Empfehlungen für Kinder also Kinderbücher und zwar queere Kinderbücher also so für Kinder weiß ich nicht wo es um Gendersensibilität Transidentität geht Queerness und so da habe ich glaube ich vier oder fünf Kinderbücher aufgelistet die bei uns im Buchhandel tatsächlich auch verfügbar waren nice ist auf der Nerdchurch-Seite nice nice also wer noch ein Geschenk sucht ne also wird fündig bei der Nerdchurch und äh Elanor was gibt's bei dir weihnachtliches hast du schon Plätzchen gebacken und das auf Instagram hochgeladen ja Plätzchen gebacken ich kann euch demnächst Bilder auch bei Koali auf dem Discord teilen oder da und euch die Nase lang machen ansonsten ihr hattet letztes Mal angekündigt Wesen und Wesenrunde die ist dann leider auch krankheitsbedingt ausgefallen aber ich hoffe dass jetzt diese Woche es endlich weiter geht in England und wir dem Mysterium um ein Haus voller junger 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 Kerle mit einer Frau auf den Grund gehen können das klingt nicht jugendfrei so wie du das gerade beschreibst oh sorry äh ist es aber hoffentlich sind das vielleicht sieben Kerle und wohnen die hinter Bergen oder so nein nein es sind weit mehr als sieben Kerle hm ja da hoffe ich dass es da weiter geht ansonsten weihnachtlich ist bei mir nicht so viel los ja ansonsten äh hier drin Taro ist ja hier äh Koali exklusiv korrekt und Slife ist nicht da ja aber ich kann ja ganz kurz hier Slife einfach mal verlinken weil Slife immer auch coole Sachen auf Instagram postet also folgt ihm da ruhig und äh ja ansonsten für Elanor Plätzchenbilder müsst ihr den Funkoala Discord anscheinend tippen so eine Plätzchen-Challenge ja ich guck auch mal dass ich sie guck mal dass ich sie auch auf Instagram ähm ja hab ich dran gekommen ähm ich werd sie auch auf Instagram ich werd auch welche auf Instagram hochladen und da können auch die Leute die nicht bei QL auf dem Server sind sich die Bilder ankommen siehste so so motiviere ich äh Ella nur auf Instagram Content hochzuladen ja ja ich vergesse das auch immer ja äh ja ja so ich hoffe ihr euch hatte heute äh ihr hattet heute schöne Sachen äh während ihr den Stream geguckt habt äh der Stream war ja lang genug vielleicht äh äh soll ich da ein paar mal nachschütten oder nach äh nachholen müssen und kommt jetzt meiner Figur ein bisschen näher dann ist das gut denn man braucht ein bisschen Winterspeck hehehe hehehe Bärchenbubi hehehe what the fuck will you make what the fuck Bärchenbubi hehehe ja wir haben denn im Chat gerade deinen neuen Nick aus hehehe ja ja ich seh das schon ich seh I see what you what you do da hehehe hehehe bevor das hier noch eskaliert schicke ich euch weiter zum Familienerd die machen nämlich hier Dream Machine äh Dread Machines oder sowas äh äh und immer coole äh Sachen äh sagt schön hallo und äh grüßt schön von mir und bis zum nächsten Mal machts gut Ciao 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 Oh schade schon vorbei alles aber ähm du könntest dir auch andere Sachen anschauen zum Beispiel das da oder das da mach das mal Tschüss